Ja! Ich seid jetzt ein bisschen übersteuert. Oh ja, stimmt. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hab den Greedo hier. Das bin ich. Und ich bin der Minas. Ihr kennt uns vielleicht schon, wenn ihr uns nicht kennt, auch egal. Wir haben diesmal gar kein Thema vorbereitet. Wir reden einfach so, wie es uns jetzt gerade passt. Wir haben jetzt gerade Sommer. Fast immer 30 Grad, 20 Grad so rum. Schön sind wir haben draußen. Also zwischen 20 Grad und 30 Grad ist schon ein kleiner Unterschied. Ja gut, wir haben jetzt immer so konstant 22 Grad. Ja und ihr könnt uns gerne auf YouTube Gamebacktrack folgen. Ihr könnt aber auch gerne Spotify aktivieren. Da findet ihr auch Gamebacktrack. Also ihr habt es ja eigentlich auch gefunden, wenn ihr das hört. Aber empfiehlt uns weiter, gebt uns ein Like, bla bla bla. Genau. Und also nur, damit ihr euch mal kurz orientieren könnt, wenn ihr das vielleicht jetzt gerade nicht kurz nach Release hört, sondern irgendwann später oder so. Wir befinden uns jetzt gerade so kurz nach Monster Hunter Rise Sunbreak Release. Und jetzt das nächste große Release des Anstehens des Xenoblade Chronicles 3. Richtig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon ein bisschen was über Monster Hunter und Xenoblade reden. Denke ich schon. Aber aus irgendeinem Grund reden wir jetzt gerade viel über Fire Emblem. Ja, eigentlich schon. Das hat aber glaube ich nur damit zu tun, wir haben irgendwie, ein Freund hat uns gefragt, was unsere Lieblings-Soundtracks sind. Und da meinte ich Godshattering Star von Fire Emblem Three Houses. Ich glaube, dadurch sind wir jetzt irgendwie darauf gekommen. Aber wir haben gerade irgendwie nochmal so Three Houses ein bisschen Revue passieren lassen. Ja. Das haben wir auch, glaube ich, gar nicht so krass auf dem Channel hier behandelt und so. Eigentlich bin ich ein relativ großer Fire Emblem-Fan, habe auch ziemlich viele Titel gespielt. Ja, und die Switch-Version Three Houses gibt es jetzt auch einen Warriors-Teil von übrigens. Ja, ja. Den habe ich mir aber nicht angeguckt und so, weil die Warriors-Teile sind ja eh Gameplay-mäßig relativ abgeflacht. Ja, also diese Warriors-Spiele sagen mir auch irgendwie gar nichts zu, weil es irgendwie nur Button-Gemeshe ist durch irgendwelche Tausend-Korridore. Und wenn es gleichzeitig durchprügeln und so, ne? Ja, es gab sogar schon mal einen Fire Emblem-Warriors. Das habe ich sogar. Und das habe ich auch gespielt. Ja, ja. Es gab schon vorher eins. Auch auf der Switch. Und es gibt einen Hyrule-Warriors. Und ziemlich viele Marken. Zu welchen Teilen war das denn? Awakening oder was? Ja, Awakening, ja. Da war auch Lucina mit drin und so. Und es gab auch zwei eigene Charaktere mit einer Storyline. So Blond-Tagen. Aber Awakening war ja echt mega beliebt, ne? Ja, ja. Das hat quasi... Die Serie war ja quasi am Aussterben und dann hat Awakening die aus dem Scheiß gezogen. Ja, weil Nintendo hat ziemlich lange gedacht, dass die eigentlich gar kein Fire Emblem mehr produzieren wollen, weil es im westlichen Markt nicht so gut angekommen ist. Aber Awakening hat das nochmal rausgerissen. Ja, und dann ist ja noch Three Houses rausgeschlossen. Man muss auch sagen, die alten Fire Emblems... Also ich persönlich mag den alten Style von Fire Emblem lieber. Ja, das westliche ist. Ähm, aber man muss halt auch echt sagen, das sind nicht wirklich Spiele für jeden. Nee. Aber die sind ja schon Hardcore. Ja. Weil, also wirklich Hardcore auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil meistens Hardcore in Games bedeutet ja irgendwie, du kannst, wenn du stirbst, bist du tot, ne? Und du musst neu starten. Ja. Und so ist es ja halt auch bei Fire Emblem, falls ihr euch mit der Serie nicht auskennt. Ähm, was jetzt mittlerweile als Classic-Mode meistens bei Fire Emblem dabei ist, so war früher Fire Emblem immer. Aber wenn euch eine Unit gestorben ist in einer Mission, dann war die wirklich tot und ihr konntet die nicht mehr benutzen. Per Madev. Richtig. Und das ist aber auch der Dreh- und Angelpunkt, weil so wachsen euch die Charaktere vielleicht auch ans Herz, weil ihr sie auch vielleicht durch Dialoge kennenlernen und ihr wollt einfach nicht, dass sie sterben. Was natürlich auch möglich ist. Und dadurch hat man aber auch so voll das intensive Spiel erlebt, weil man will auf gar keinen Fall verkacken. Man kriegt dann echt, man merkt echt so, wie das Adrenalin kickt so ein bisschen. Wenn der Charakter in Gefahr ist, den man mag. Ja, man denkt so, oh scheiße, wenn der jetzt stirbt, dann entweder muss ich dann halt ohne den weiter spielen oder ich muss die ganze Mission nochmal spielen. Weil ihr könnt auch während der Mission, könnt ihr nicht irgendwie, klar, ihr könnt Checkpoint-Safe machen, dass ihr quasi das Spiel quittet und speichert. Ja. Aber wenn ihr dann quasi ladet, ist der Safe weg. Genau. Das heißt, ihr könnt also keine Safety-Saves machen. Ja. So. Und ja, in den neueren Teilen ist es halt so ein bisschen, also seit Awakening, also in Awakening gab es schon einen Casual-Mode. Ja, richtig. Oder Phoenix-Mode oder so. Ich weiß es nicht, aber die haben auf jeden Fall eine Variante gehabt, dass das Permadeath nicht da ist. Genau. Und das noch zusätzlich zu auch noch ausfällbaren Schwierigkeiten. Also man konnte auch noch leicht mit dem Hard nehmen und dann noch Classic und halt Casual. Ja. Aber es ist halt wirklich, also es ist halt ein Strategie-Rollenspiel, was so ein bisschen so an Tabletops auch erinnert. Ihr habt da so ein Schachbrett, ihr habt dann so ein verschiedenes Terrain, was auch vielleicht noch Vorteile gibt und ihr habt dann halt Klassen von Charakteren und je nachdem, welche Waffen diese Charakter haben oder Magie, sind die halt Papier, Stein, Schere zueinander und dann effektiv oder nicht effektiv. Aber es hat auch sehr viel mit Positioning zu tun und ihr leitet halt wirklich eine kleine Armee. Ja, es ist quasi so ein bisschen ein Schachmonst-Rollenspiel, also Wasser schlägt Feuer, schlägt Pflanze, schlägt Wasser und da ist es halt so Speer bzw. Lanze schlägt Schwert, Schwert schlägt Axt, Axt schlägt wiederum Speer. Dieses Waffendreieck. Genau. Genauso ist es dann später mit Magie ist es auch so. Ich glaube, rote Magie schlägt grüne, grüne schlägt blaue, blaue schlägt rote. Ich glaube, das ist auch in unterschiedlichen Teilen anders, weil später haben sie dann auch gemacht, dass Magie irgendwie ein Pegasus-Reiter sind oder so. Später haben auch die Waffen auch jeweils ihre Farbe, dass quasi eine Waffe immer gleich zu setzen ist, auch mit einer Magie und so. Ja, also das System haben sie ein bisschen casualisiert, aber... Was sich wirklich mit Awakening noch sehr krass verändert hat, ist, früher hat eigentlich die ganze Action auf dem Battlefield stattgefunden. Klar, es gab zwischen den... Es gab ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel der zweite Teil, da gibt es auch ein Remake von Echoes of Valencia für den 3DS und das war halt eigentlich der zweite Teil, oder? Boah, ich fühl mich nicht so weit. Die NES, glaube ich. Ja, es ist mit Almon Celica und ich glaube, es war ein NES-Spiel, ja. Ja. Ich weiß ja nicht, ob es der zweite Teil war. Da war es halt so, dass man auch so Dungeons zum Durchspiel hatte. Aber die meisten Classic Fire Emblems sind halt wirklich so, man spielt einfach Map nach Map durch im typischen Strategie-Birds-View-Modus. Und dazwischen gibt es quasi nur, ja, Cutscenes, also Visual Novel, die er durchliest. Bei Awakening haben sie dann noch gemacht, dass... Es gab schon vorher, dass man, wenn man Einheiten oft zum Beispiel nebeneinander platziert hat, dass die dann Affinität zueinander gewonnen haben. Ähm, und in Awakening haben sie das wirklich zu einem ganz eigenen System gemacht, dass man halt, ähm, die Units wirklich auch miteinander verkuppeln kann. Dass die halt immer fester zusammenwachsen, genau. Später gibt's nämlich irgendwie, wie passiert das? Zeitreise, glaube ich. Ja. Irgendwas mit Zeitreise. Und dann, weil es gibt einen Charakter quasi, ich weiß nicht mehr, das Spiel ist alt genug, wir können spoilern, ne? Und zwar Lucina, das ist dann quasi die Tochter von Chrom, dem Hauptcharakter. Ihr kennt wahrscheinlich auch Chrom und Lucina aus Smash zumindest. Und ja, Lucina kommt quasi aus der Zukunft, um einen zu warnen. Und dadurch ist halt quasi irgendwie diese Verbindung zur Zukunft da. Und das heißt, wenn ihr dann Charaktere miteinander verkuppelt, dann könnt ihr auch die Kinder von denen aus der Zukunft holen und könnt die als Einheiten rekrutieren. Das ist so weird. Was richtig weird ist, aber es ist ein geiles System. Ja, es ist so kreativ. Und die übernehmen dann auch die Skills von den Elterncharakteren, ne? Aber haben die das nicht in, ähm, Herrschaft, also in Fates, haben die das nicht auch übernommen, dieses, äh, System mit den Kindern kriegen? Du konntest doch Leute, da hattest du auch so ein Basebuilding dabei und konntest Leute irgendwie zu dich einladen. Ja, das kann man auf jeden Fall. Und kannst du nicht da auch durch Kinder kriegen? Ich glaub nicht, dass es da Kinder gibt. Ja, gibt's nicht. Aber du kannst auf jeden Fall mit den Charakteren fliegen. Ich glaub, man kann, äh, Charaktere von der jeweils anderen Seite, weil da gibt's ja diese zwei Häuser, es gibt Hoshido und, äh, Noor. Ja, ich glaub, ja. Und, äh, man kann quasi von der jeweils anderen Seite, glaub ich, Charaktere rekrutieren. Wobei, ähm, Herrschaft ist ja auch ganz anders vom Gameplay und vom Aufbau her ist ja eher klassisch, dass man Map nach Map spielt, so. Das müsst ihr eigentlich mal nachholen. Und bei dem Hoshido-Teil hat man ja auch so eine World Map, wo man Mission wählen kann, ne? Das ist übrigens bei Awakening halt auch so gewesen. Ihr könnt halt, ihr könnt euch frei auf der World Map die ganze Zeit rumbewegen und könnt halt auch, äh, ja, so Side-Battles machen, um zu grinden. Da erscheinen halt einfach so random Monster-Partys oder irgendwelche Söldnertruppen auf der Map, die man halt bekämpfen kann. Ja, auch, sorry, wenn wir jetzt so viele Feierabend-Teile durcheinander werfen. Aber das hatte dann auch der GBA-Teil, hatte das auch. Ja, ja, der mit Erika und, äh, Sacred Stones. Wie hieß der Bruder? Ephraim? Äh, ja, der hat so rote Haare, der sieht aus wie Roy, ne? Ne, der hat, glaub ich, blaue Haare und ein Speer. Ach so, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, man hat so ein Raphier, ne? Ja, genau, genau. Ja, Sacred Stones, da war das auch so, dass du noch eine Map hattest. Genau, Sacred Stones, da gab es auch so Monster, ne? Das war cool. Es ist ein richtig gutes Spiel. Auch das allererste Feierabend von GBA, das ist ein richtig geiles Spiel. Ja, ich hab's auch auf Emulator angezockt, das hat auch mehr Bock gemacht, auf jeden Fall. Musst du nachholen, das sind richtig gute Spiele. Ja, aber das ist halt die Sachen, die Struktur hat sich halt nicht aufgebrochen. Ich fand's auch bei den GBA-Teilen gerade waren die Animationen richtig geil. Ja, dieses gepixelte, ne? Ja, die waren so richtig flüssig und knackig, so. Ja. Ja, und dann kam, wie gesagt, jetzt vor, wann kam das? 2018? 2019? Kann sein, das ist ja schon ein richtiger... Es ist schon älter, Three Houses, ne? Ich recherchiere. Ich sag 19. Ja, kann gut sein, auf jeden Fall. Nee, 18, ich sag 18. Echt 18? Ich guck jetzt eben nach. Riech ruhig weiter. Ja. Kam dann eben der neuste, aktuellste Teil. Apropos, man kann vielleicht kurz sagen, es ist, glaube ich, schon ein neues... Also nicht angekündigt, aber... 2019. Es gibt Gerüchte, dass ein neuer Teil kommt bald, ne? Echt? Da weiß ich nichts von. Ich meine schon. Hab ich nur so am Rand irgendwie mitgekriegt. Also es ist am 26. Juli 2019 rausgekommen und es ist der 16. Teil. Ich hätte bei 19 bleiben sollen. Ja, 16. Teil der Fire Emblem-Serie. Ja. Und ja, wie gesagt, das ist also der aktuellste Teil. Ja. Und da hat man halt jetzt das, ja, was heißt Gimmick? Ist nicht wirklich ein Gimmick, aber halt das Special von dem Teil ist, dass es halt drei verschiedene Häuser gibt. Und man kann eins davon auswählen halt, mit dem man spielt. Und das bestimmt halt, welche Charaktere man im Spiel hat. Man kann zwar auch aus den anderen Häusern die meisten Charaktere auch rekrutieren, wenn man möchte. Ja. Aber, ja, das bestimmt auf jeden Fall schon mal die Hauptcharaktere, weil die kann man, also zum Beispiel, wenn man in Golden Dears ist, kann man nicht Edelgard rekrutieren. Ja, weil die der Leader ist. Die halt die Leiterin ist von Black Eagles zum Beispiel. Von Ravenclaw. Ja. Das muss man auch sagen, das Spiel ist halt in so einem Kloster und in diesem Kloster ist man selber, man ist ein Söldner vorher, aber dann kommt man mit seinem Vater irgendwie in das Kloster rein und wird selber zu einer Art... Ja, das Kloster ist quasi wie eine Akademie für viel Krieg quasi. Genau, das ist halt wie so eine Kaserne eigentlich, dieses Kloster. Das heißt, die ganzen Charaktere da sind zunächst mal nur Schüler, es sind quasi Kinder noch. Und, ja, dann kämpft man halt gegen irgendwelche Söldner und dann gibt's irgendwelche Intrigen, ja. Aber es ist halt so cool, weil da haben wir das Spiel so ein bisschen mit einem Persona angeglichen, weil da hast du ja diesen Zyklus halt, ne? Du hast diese Daytime, die halt in diesem Kloster ist und dann hast du halt diese Kampfvorbereitungszeit und das wechselt sich halt immer ab mit auch so einem Kalender, mit Tagen. Da auch die Charaktere haben da auch Geburtstage oder es gibt Special Events und so, das ist alles eingetragen und ihr könnt dann halt neben den Schlachten könnt ihr halt wirklich noch so ein bisschen Social Parts machen mit euren Charakteren. Dann könnt ihr zum Tee einladen, dann die Harmonie steigern, könnt angeln, könnt irgendwelche Sachen shoppen, da gibt's auch einen Shop mit Waffen und so. Und auch mit den Plaudern. Und das, also ich will nicht sagen, dass diese Sachen irgendwie schlecht sind oder so. Für mich persönlich hat das so ein bisschen mir das Genick gebrochen im Spiel, weil ich irgendwann ein bisschen ermüdet bin von diesen ganzen Sachen, die man halt zwischen den Missionen immer nicht unbedingt machen muss. Weil man kann die Sachen skippen, aber warum sollte man? Weil es bringt ja immer irgendwie was, man kriegt immer, man lernt dann irgendwie, man macht schneller Progress in seinen Classes, die man den Leuten beibringt. Und du erfährst auch vor uns über die Charaktere. Ja, genau. Und die lassen auch irgendwelche Sachen auch mal, du findest auch so Gegenstände, die du dann irgendwie den Charakteren zurückgeben kannst und dadurch kannst du die rekrutieren. Es gibt auch Leute, es gibt auch Charaktere, die schließen sich in ihren Zimmern ein und wollen nicht rauskommen. Ist echt so ein bisschen Harry Potter-mäßig. Ja, mein Lieblingscharakter. Ja, die hat eine Deep Story. Ich glaube, wir haben das schon mal im Disgust. Auch wenn sie fucking nervig ist, die meiste Zeit. Aber die ist auch gut. Die ist Mutter Archer. Aber wie gesagt, also da hat das Fire Emblem-Spiel, ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man nicht alles so mit Menüpunkten macht, dass man da halt so rumlaufen kann. Das wirkt organischer schon, aber wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, irgendwann ist es nervig. Ihr könnt den Part aber übrigens auch überspringen. Dann entgeht euch vielleicht einen Großteil des Spiels, aber es ist nicht gezwungen, dass ihr den Social Party mal spielen müsst. Manchmal habe ich ihn auch übersprungen. Manchmal habe ich einfach nur auf Events gewartet und dann war es das dann halt auch schon. Aber das Spiel hat auch einen krassen Umfang. Ihr habt halt drei Hauptstories quasi. Es kam noch eine vierte dazu als DLC, ein neues Haus. Hast du das mal gespielt? Nee, du. Kostet das was? Ja, ne? Ich glaube schon. Kostet bestimmt so 15 Euro oder so. Da waren irgendwelche Wölfe oder so, ne? Grey, 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 Wolves oder so. Keine Ahnung. Tottel, 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 Wölfe, Tottel, Wölfe. Keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, ich habe, da habe ich halt die Edelgard-Story gemacht. Die hat halt, die schwirrtet sich am Schluss nochmal auf in zwei verschiedene Storys, die halt andere Endings haben. Und dann habe ich mal Blue Lions angefangen, weil ich halt Dimitri auch irgendwie cool fand, so vom Charakter her. Habe das aber nicht weiter gespielt. Aber ich überlege gerade halt, das Spiel nochmal abzupicken. Ich habe halt wirklich zweimal Edelgard auch genommen, also Black Eagles und zwischendurch Golden Diaz mal angefangen. Und bei Black Eagles war ich auch fast durch, also nehme ich mal an. Ich weiß natürlich nicht genau, wie viele Missionen da noch waren, aber irgendwie zum Schluss hat es mich irgendwie nicht mehr gecatcht so. Ich weiß nicht warum. Aber hast du diese Ballszene noch gehabt, wo du so ein Ball ist, der dann abgehalten wird? Weil da redet Edelgard auch nochmal mit dir und zusammen und so. Das ist halt eigentlich nochmal so ein Breaking Point. Ich glaube, da kannst du entscheiden, wie du dich dann weitergehst in der Story. Die stürzt doch da irgendwie im Capital irgendjemand und wird dadurch zum Emperor und so. Ja, ja, genau. Das war auf jeden Fall schon. Obwohl, das war, ich weiß gerade nicht mehr. Das war relativ weit. Ich habe auf jeden Fall das Monastery eingenommen und danach ist ja, also das ist ja schon nach dem Zeitsprung. Ja, ja. Ja, genau. Ich weiß, also können wir das schon spoilern? Wir können das alles spoilern. Ich denke mal, jeder kennt das Spiel. Das ist halt auch was ziemlich Geiles an dem Spiel eigentlich, weil wie gesagt, am Anfang sind alle noch Kinder und ihr seid halt in dieser Akademie, in diesem Kloster. Und irgendwann passiert etwas in der Story und es kommt zu einem Timeskip, ich glaube, sieben Jahre in die Zukunft. Kann gut sein, ja, sieben Jahre. Irgendwie sowas. Und dann trefft ihr halt wirklich eure ganzen Charaktere, eure ganzen Einheiten wieder und die sind halt erwachsen geworden. Ja, das ist schon nett. Das heißt, die sehen dann wirklich älter aus und haben auch an Erfahrung dazu gewonnen und haben sich vom Charakter her verändert und so. Und das ist halt wirklich krass, ne? Das ist ein huge Step in das Spiel. Wenn du dir überlegst, auch wie viel Arbeit da drinsteckt, weil du hast auch diese drei verschiedenen Häuser, alle mit ihren eigenen Cast an Characters und die dann alle nochmal als jung und alt. Ja, wir überlegen mal, wie viel Schreibarbeit das auch ist für die Leute, die Dialoge schreiben und so. Also das Spiel hatte eigentlich einen Umfang. Die fanden sich da richtig austoben. Ja, so ein Pokémon-Entwickler hätten euch daraus drei Spiele gemacht. Ja, ja. Die hätten dann Pokémon gelb, blau und grün gemacht oder so. Und da hast du wirklich, also der Umfang ist richtig massiv in dem Spiel. Das Kampfsystem ist übrigens auch, wie in den alten Feierenden, richtig gut gelungen. Du hattest dann auch, glaube ich, irgendwie so eine Mechanik, dass du so ein Heer dabei hast oder so, ne? Ja, diese Gambits, ne? Genau. Ja, ja. Ich glaube, das habe ich schon nicht so ein Fuß. Ja, man kann da irgendwie verschiedene Gambits equipen. Ich muss auch sagen, die habe ich relativ wenig benutzt. Ja. Aber man kann irgendwie zum Beispiel so einen Rush machen, dass irgendwie so ganz viele Soldaten nach vorne rushen und den Gegner irgendwie umknocken, dass der gestunnt ist. Genau. Dann kann man irgendwie so einen Fass schmeißen, das explodiert oder irgendwie so. Es gibt da irgendwie mehrere Sachen, die man machen kann. Ich gehe das leider auch nicht mehr auf die Kette, das ist so lange her. Hast du, was auch in dem Spiel war, du kannst entweder männlichen oder weiblichen Byleth spielen. Stimmt. Also der Hauptcharakter. Aber eigentlich ist der männliche ist eigentlich eher Kanon, glaube ich. Also die meisten Leute spielen mit dem männlichen Byleth. Kann sein, ja. Hast du männlich oder weiblich gespielt? Weil ich habe, glaube ich, männlich genommen. Einmal so, einmal so. Okay. Weil ich habe beim ersten Mal, glaube ich, auch männlich genommen, ja. Auch für die Immersion, da habe ich mich selber mir vielleicht ein bisschen mehr... Und damit du die ganzen Chicks im Game weckschnackseln kannst. Die hoffentlich nicht under-aged sind. Auf keinen Fall. Nicht nach dem Timeskip. Ja, aber ich habe gerade wieder Bock auf das Game, weißt du das? Ich glaube, ich würde das heute noch anfangen. Oder morgen. Ich denke irgendwie auch. Ich habe Bock drauf. Ich werde zum nächsten Mal anfangen. Dann mache ich aber nochmal Blue Lines. Ich glaube, ich ziehe dann echt mal Golden Dears durch. Ja, wegen der Musik. Ja. Du willst das Team hören. Ja, der Final-Pass-Mucke. Wie krass. Oh, wir sind übelst am Übersteuern, sehe ich gerade. Ich hoffe, ihr seid nicht am Übersteuern. Ja, nur wenn wir lachen. Hast du ein Lieblingsfeier in dem Titel? Würdest du sagen, irgendwie... Also für mich ist es auf jeden Fall... Ich wollte schon sagen, Portrait of Reign. Path of Radiance. Ja, P-O-R. Path of Radiance, also der erste Teil mit Ike. Das ist auch, ja, neben Awakening, der einzige, den ich tatsächlich durchgespielt habe. Und den habe ich auch mehrmals durchgespielt. Der hat aber auch coole Missionen, ne? Wenn die irgendwie umzingelt werden und du musst die Basis verteidigen. Also diese... Ja, genau. Das ist was, was ich vermisse bei den Fire Emblems heute. Ja, so Bedingungen, ne? Dass es echt verschiedene Objectives gab. Weil mittlerweile ist es bei Fire Emblemen eigentlich immer kill alle Gegner oder kill den Boss. Ja. Und früher war es Gesetze irgendwas. Genau, bei Path of Radiance gab es zum Beispiel, ihr habt eine kleine Festung mit mehreren Eingängen und es spawnen halt die ganze Zeit gegnerische Einheiten, die halt ankommen. Und man muss verhindern, dass die auf ein Feld in der Festung kommen. Macht doch voll Sinn. Das heißt, man musste immer die Tanki-Units nach vorne stellen, Heiler dahinter und dann irgendwie Range-Units, die irgendwie dann halt aus der Rücklinie irgendwie auf den Gegner ballern und sowas. Oder dann gab es, man musste in so und so viel Zügen ein bestimmtes Feld erreichen auf der Map oder so. Es gab auch so eine Mission, die war in 3 geteilt in so einen giftigen Sumpf oder so. Die war richtig hart. Ja, das ist die Cancer-Mission im Spiel. Da musst du, glaube ich, eskortieren, ne? Diese Vogelmenschen da, diese komischen Engel. Diese Herons, ne? Ja, die musst du da irgendwie eskortieren. Und das war richtig hart. Ray, Ray, Raynard oder so? Ja, ja. Ray, wie hieß der? Keine Ahnung. Dieser Spanentyp. Ihr wisst, wie wir meinen. Die Schwester. Der ist ja eigentlich die Tänzerklasse, ne? Dass du damit wieder Charaktere doch sie noch mal ziehen können. Ja, ja. Der kann singen, dann können Leute noch mal... Und wenn er sich verwandelt, können sogar alle Felder noch oben. Der ist nochmal bewegen. Der ist so OP-DK. Der Einer hat das so gut. Rayson. Rayson war das. Ja. Also das ist der Lieblingsfall. Und das waren halt 3 Missionen hinten. Weil es gab immer zwischen den Missionen, gab es immer einen Checkpoint, wo man in seine Base gegangen ist. Und da konnte man Einheiten leveln, Items neu aufstocken, neue Waffen equipen, reparieren, schmieden. Ja. Und, ähm... Aber das waren 3 Missionen hintereinander. Ja. In so einem Gift, so... Das ist so hart. Da verfolgt er einen die ganze Zeit so einen Bischof, so ein... Der ist auch richtig ekelhaft und psycho irgendwie. Und der will halt irgendwie diese Halbvogelmenschen. Das ist übrigens auch ein großes Thema in dem Spiel, dass es halt diese Lagus gibt, die halt sind halt Halbbiest, Halbmensch, so... Ja, die können sich verwandeln. ...so Katzenmenschen. Also die können sich auch... Ja, genau. Die können sich verwandeln in eine Tierform, in der sie extrem massiv powerful sind. Und in ihrer Menschenform können sie eigentlich gar nichts, außer auf dem Rennen, ne? Eigentlich schon, ja. Was komisch ist. Ich glaube, im zweiten Teil können die auch angreifen. Ja, ja. Im zweiten Teil sind die richtig gut gemacht. Später gibt es auch Drachenleute. Genau. Ja, die sind dran verwandeln können mit so einem Stein, ne? Ja. Obwohl die... Die Einheiten sind sehr useless. Ja, und man muss auch sagen, diese Drachenunits gibt es auch in anderen Fallen bloß. Ja, gibt es schon vorher. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, der hatte auch schöne Cutscenes, der Gamecube-Teil. Ja. Also der hatte richtig schön animierte... Die waren es da durch. Die hatten einen coolen Stil. Generell, alle Cutscenes, auch von den DS-Teilen, haben richtig schön... Also warum gibt es davon kein Anime? Ich würde mir das angucken. Eine Qualität davon, ein Anime zu sehen von Fire Emblem, wäre richtig geil. Gibt es echt keinen? Ich glaube nicht, dass es ein Anime gibt. Irgendwie fühlt es sich gerade so an, als hätte es einen gegeben von Three Houses. Also es gibt auf jeden Fall von Persona gibt es ein Anime, von Tales of gibt es Anime, aber ich glaube, von Fire Emblem gibt es kein Anime. Aber die bestimmt irgendwann. Ich hoffe. Vom nächsten Teil. Eine Netflix-Adaption. Ja, ja. Alles kriegt eine Netflix-Adaption. Fire Emblem-Anime. Ich glaube nicht. Informationen, Anime-Serie, Studio, Phantasia und Co. Also dein... Doch, es gibt einen alten Anime. Ach so. Von Fire Emblem. Von 96. Äh... Sehe ich jetzt gerade nicht. Ne, okay. Ich nehme das zurück. Ja, das... Soll das Max sein? Ich glaube, ja. Ja. Also es gibt doch einen alten Anime, das wusste ich nicht. Aber ich meine halt, mit den CGI-Fee... Gibt es sogar auf Englisch. Ist das ein Anime oder Manga? Der ist 98 rausgekommen. Manga-Gewinnspiel. Ich glaube, da standen Episoden. Prinz Mars, Beschreibung. Englisch. Anime-Streams. Ne, ich glaube, es ist ein Anime. Ja, es ist ein Anime. Hier gibt es auch YouTube-Video für. Okay, krass, habe ich Trash getalkt. Sorry, Leute. Dann gibt es ein Anime. Ja, aber ich meine halt... Das kann ich heutzutage nicht mal angucken. Ja, ich meine jetzt halt einen aktuellen, weil der ist schon... Das ist schon ein richtig, richtig alter Anime. Aber die Thematik ist halt eigentlich ganz cool. Man kann es so echt so Game of Thrones-mäßig aufziehen. Ja. Dass man es halt so wirklich gritty macht und so auch vielleicht ein bisschen brutal am Markt. Ja, das sieht auch ein bisschen Berserk-mäßig aus. Vielleicht werden mich die Leute jetzt auch hassen. Ja, ist so ein bisschen eine ähnliche Thematik mit so Söldnern und so. Okay, also... Wobei bei Berserk geht es natürlich sehr ins Fantasy und Dämonen und Stuff-mäßige. Aber dein Lieblingsteil ist wahrscheinlich Radiant Dawn, ne? Ja, genau. Der Nachfolger von Path of Radiance. Der hat es nochmal mit einer Schuppe draufgelegt. Die Missionen waren ein bisschen ausgeklügelter. Die Klassen waren besser balanciert. Und die alten Charaktere, die Leute... Ich weiß nicht, ob das Spiel sogar noch deine... Ne, das geht gar nicht mit der Memory Card lesen. Ne, aber das Spiel hat wirklich... Das hat wirklich Spannung und das hat auch mehrere Story-Stränge. Dass du halt mehrere Episoden hast und dann spielst du von der einen Seite und von der anderen Seite und am Schluss treffen sich beide Seiten. Sicher, dass es nicht geht mit Memory Card lesen. Ich meine, das hätte es bei irgendwelchen Games gegeben. Ich habe sowas im Hinterkopf bei Path of Radiance. Aber wie soll das gehen? Das ist halt ein Gamecube-Spiel und ein Wii-Spiel, ne? Ach so. Ich weiß nicht mehr, das geht nicht mit der Lesen. Aber da wäre es cool gewesen, die Sympathie, die du früher hattest in deinem Her zu übertragen auf einen neuen Spielstand im anderen Teil. Aber ich muss sagen, das könnte ich jetzt nochmal spielen. Das war einfach eine Box. Also die Wii hatte ja Memory Card-Slots. Hatte sie nicht. Aber ich glaube, ich labere richtig scheiße. Ich glaube, das ging nicht. Aber es ist ja cool. Gerade bei so einem Spiel, was echt der Nachfolger ist. Das ist halt wirklich eine Folge. Aber ich fand auch, also die meisten Fire Emblems haben halt als Hauptheld so einen Prinz oder halt irgend so einen Royal, der halt irgendwie so snobby und eklig ist so ein bisschen. Und das fand ich halt auch cool an Path of Radiance, dass du Ike hast, der einfach Söldner ist und so. Der wird halt so langsam zum Lord, aber der ist jetzt nicht so ein Edelmann, sondern der ist halt so ein, ja, halt so wie so ein Guts-Verschnitt irgendwie. Also jetzt nicht, dass er so übertrieben krass badass ist, aber er ist halt so ein eher rauer Geselle. Ja, so ein Freiheitskämpfer, der irgendwie die Thronfolge da stürzen will und was alles besser machen möchte. Das fand ich irgendwie cool. Ja. Und im zweiten Teil ist die Story so aufgeteilt in mehrere Stränge und erzählt quasi die Geschichte von mehreren Truppen, die dann halt irgendwie später zusammenfinden. Ja, das ist so geil, wenn die später zusammenkommen. Das ist so cool. Also das kann ich wirklich empfehlen. Ja, soweit bin ich leider in den Teil nicht gekommen. Ah, du musst den wirklich, also wenn du irgendwann mal ganz viel Langeweile hast, hol das bitte nach. Das ist so ein grandios gutes Spiel. Das macht so Spaß. Ist auch, glaube ich, gar nicht so schlecht gealtert. Und alle Missionen, wirklich, da ist keine Missionen dabei, wo ich sagen muss, die ist richtig ätzend. Die sind alle gut designt. Und kreativ designt. Schöne Schauplätze, auch mit Burgen, mit den kramtischen Flächen. Ich kann mich irgendwie insbesondere an so eine Mission erinnern, da ist man in so einer Schatzkammer, in so einer Villa. Ja, das ist goldene. Und das ist mit diesen Katzenmenschen da. Da gibt es sehr viele so Erhöhungen und so. Ja. Und wenn man quasi von unten nach oben da drüber will, verbraucht man extrem viel Movement. Und wenn man oben steht, macht man halt mehr Schaden. Mehr Damage, ja. Und von unten nach oben angreifen ist dann auch ganz schwer und so. Ja, das Terrain hat es noch. Das war echt ziemlich tricky. Ja, das Terrain hat es noch. Genau, man bleibt dann in einem Goldstecken quasi. Das war halt echt krass kreativ. Und sowas vermisst man so ein bisschen in den heutigen Kreativen. Ja, auch dass du doch früher Diebe hattest, die irgendwie Schatztruhen öffnen konnten und Türen öffnen konnten und so. Aber das gibt es immer noch. Ja, aber früher hat man echt so mehr House-Fights und so, mehr Burgen. Und bei Three Houses hast du halt weniger Burgen. Du hast halt wirklich eher so Wiesenflächen und sowas. Du hast ja echt wirklich wenig so Environment, was cool ist. Ganz zum Schluss vielleicht. Aber man konnte ja auch in irgendwelchen Missionen konnte man mit NPCs reden und die wurden dann einfach zu neuen Charakteren. Gerekrutiert, Mann. Ja. Oder man konnte auf ein random Feld irgendwo auf einer Map gehen und hat da jemanden getroffen. Oder du findest random eine Waffe und dann findest du einen Dialog dazu. Ja, ja. Es gab so eine Wüsten-Map, da liegt so ein Katana und dann kriegst du so einen komischen Katana-Typ. Der grünhaarige, nicht Stefan oder so. Ja, ja. Den gab's beim zweiten Teil bei Radiant Dawn. Nee, aber richtig schöne Spiele-Serie, wenn ihr mal Bock drauf habt. Was würde man als ehesten empfehlen? Eigentlich kann man Three Houses eigentlich schon empfehlen, wenn man das als erstes abpickt. Also das Spiel hat viele Tutorials. Also ich würde sagen, Three Houses kann man definitiv spielen, wenn man noch keinen Fall an dem Vorhelm gespielt hat. Oder halt Awakening. Ja. Weil man muss auch sagen, Radiant Dawn ist jetzt auch noch nie irgendwie für Virtual Console erschienen und es ist richtig teuer. Es ist eines der mit teuersten Gamecube-Spiele. Da ladst du heute echt 120 Euro für. Für ein Game. Emulator. Ja gut, mit Goldfinable Emulator, ja. Das ist halt am Rande der Legalität. Aber Nintendo ist selbst schuld. Oder ist ja nicht mal Nintendo, oder? Zum Beispiel Fates würde ich generell nicht unbedingt empfehlen, weil ich die nicht so gut finde persönlich. Ich habe nur den einen gespielt. Aber auch dann, also der Hoshido-Teil, keine Ahnung, der ist vielleicht ein bisschen einfacher, wobei ich gehört habe, dass es da auch richtig brutale Maps gibt irgendwie. Den hast du noch gespielt, oder nicht? Ich habe nur die, nein, ich habe nur Herrschaft. Conqueror habe ich. Echt? Ich habe Hoshido-Teil nicht. Das ist ja die weiße Version. Ich habe diese schwarze Lila. Ja, ja. Genau, und Conquest ist halt auch, ist halt auch wie die alten Fire Emblems designt so und ist auch ziemlich ruthless irgendwie. Ja, die Missions sind so ätzig. Das wird schon schwierig später. Obwohl, ich hatte so eine Tiara, ich hatte so eine Black Mage-Tuse, die hat später auch ein Pferd, die ist auch voll populär, gibt auch voll die Statuen von der und so. Mit so zwei Zöpfen, ne? Ja, hier hat sie so einen Potschnitt und so ein goldenes Diadem, die ist so eine Nekromantin oder so. Okay. Und die konnte später, konnte die auch irgendwie allen Gegnern das Leben absaugen und so. Und ich konnte einfach durchreiten mit der, die war so. Masparatu? Ja, die ist so OP gewesen, diese Einheit. Ich weiß noch, da war eine Map, die war richtig ätzend. Das war quasi so ein Gebäude, das ging über mehrere Stockwerke. Mit Treppen und so. Ja, 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 ja. Die hatte ich auch gemacht. Boah, die war richtig übel, die Map. Ja, das ist ein bisschen zu vieles gut, ne? Wenn das dann alles Occupy ist und weiß ich nicht, einfach nur extrem in die Längste ist. Und da fand ich auch dieses Base-Building zwischen den Maps, fand ich irgendwie nicht so spannend. Ich fand's auch cool, aber... Man hat ja irgendwie diesen kleinen Drachen da und hatte quasi so eine Pocket-Dimension. Ja, ja, ja. Und du konntest irgendwie auf Feldern irgendwas bauen, ne? Irgendwie so eine Schmiede hinbauen, Kasian und Brunnen. Dann hat man quasi immer so Erze und sowas bekommen, jede Runde oder irgendwelche Kristalle und konnte damit seine Waffen aufschmieden und so. Das wirkt halt so echt wie ein Handy-Game-mäßig, ne? Dass irgendwie noch was zu tun hast, so Meta-Game-mäßig. Das ist ganz komisch. Und man konnte in der europäischen Verfassung nicht den Charakteren das Gesicht streicheln. Im Touchscreen. Ich will doch meinen, wie hieß es nochmal? Hector oder so? Da gab es so einen Barbaren-Team, so einen Blonden. Der Sam bei Monaco? Ja! Dem würde ich so gerne das Gesicht streicheln. No, no Robo. Ja, vor allem, gab's den nicht auch in Awakening? Ich glaub, ich vermischte zwei Arscheteben. Ich auch, aber... Ich glaube, er war in den Dings, in dem Streichelspiel. Ja, ja. Also er ist safe in dem Spiel, aber irgendwie denke ich immer, der wäre auch in Awakening da gewesen. Ja, in Awakening gab's auch irgendeinen blonden Muskel-Typ mit so fake Schönling-Gesicht. Also so quasi, dass er denkt, er ist so voll der Schönling, aber ist so voll Agri, so nassig. Also mein Lieblingscharakter ist übrigens Siarq, ist von Radiant Dawn. Der hat so blau, sieht ein bisschen Sephiroth-mäßig aus. Der hat so einen weißen, langen Mantel an, das ist Mimidone. Und alter, der Krittet, der hat dann Astra, der hat irgendwas anderes noch und so und der macht einfach so eine 8-Hit-Com und der killt ja alles weg. Der ist so krass stark. Ja, ist wirklich so der Bilderbuch-Mimidone. Ja. Und der sieht cool aus. Mein Liebling war immer Nefene. Oh ja. Die ist halt... Die ist so... Oder in vielen Fire Emblems habt ihr so eine Einheit, die ist am Anfang irgendwie so ein Bauer oder so und kann gar nichts und wird dann später voll OP, wenn ihr halt ordentlich Arbeit rein investiert. und das ist quasi sie. Ja. Nur, sie startet auch ziemlich gut, ehrlich gesagt, und wird später aber richtig krass overpowered. Die ist halt einfach so eine Tuse mit Speer und die sieht, finde ich, irgendwie cool aus. Ja, ja. Die hat irgendwie so eine coole Kursur, mit so einem Panzer-Ding auf dem Korb, hat einen fetten Schild und einen Speer. Weig. Nee, aber den meine ich nicht. Den meinst du nicht. Das ist der Rhyme von dem Spiel. Ja. Aber Nefene ist cool. Die kommt auch im zweiten Teil vor und die ist auch richtig OP. Und später ist die halt... Die ist wirklich so tanky, dass keiner die killen kann, heilt sich die ganze Zeit, wenn sie angreift und killt halt auch alles irgendwie in einer Attack. Ja, das ist sowieso... Also wenn du eine Charaktere gemaxed hast, das ist meistens so. Ja. Also bei mir war das wirklich im Endgame von Path of Radiance war es so, so eine Map, die so zweigeteilt war, so auf der einen Seite kämpfen so Ike, Titania, Oskar und so kämpfen so alle gegen so eine Armee und links so Nefene, Solo, so eine ganze Armee. Steht einfach in der Mitte, alle greifen die an und sterben einfach, prallen einfach so an ihrem Körper ab. Aber das ist das Schöne. Also wirklich, also die Charaktere, ihr werdet wahrscheinlich auch irgendwelche Lieblinge haben, ihr werdet irgendwelchen Leuten, irgendwelche Charaktere werden euch als Herz wachsen. Und das ist auch cool, die Charaktere dann auszurüsten und zu sehen, wie die halt, die kriegen ja auch Erfahrungspunkte, wenn ihr Gegner tötet. Ja, ja. Steigen dann, ich glaube, das ist random, was erhöht wird an Werte. Ja. Ja, das ist irgendwie ein bisschen weird in dem Game, aber es macht einfach unglaublich Spaß, ihr habt immer was zu tun und ihr habt immer Progress. Manchmal passiert es auch echt, dass man Level up braucht und gar keinen Stat kriegt. Hatte ich auch schon, aber ich dachte mir so, oh. Aber dann freut man sich auch, wenn man so einen richtig geilen Level up kriegt, wo alle Stats aufgelabelt werden. Und ich glaube, in dem Dings, in der Herrschaft und in einem anderen Spiel, da muss man sich selber als ich einen Charakter erstellen. Da hat man Corrin, also Robin, nee, Robin war das, ne? Ja, da konntest du selber einen Charakter erstellen, da konntest du auch wählen, welche. In Awakening auch, ja. Ach, in Awakening, da war es Robin, ne? Genau, da war es Corrin. Ja, ja. Ja, ihr habt einen eigenen Avatar als Charakter, ihr könnt wählen, womit du ihr stark seid und womit ihr schwach seid. Ihr könnt halt einen Magier spielen oder einen Schwertkämpfer oder so. Wie sah dein Charakter aus? Mit einem Lila-Hahn? Boah, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich müsste meinen Speicher laden. Ich weiß, wie sah dein Charakter aus? Weißt du noch? Ich glaube, ich habe auch auf jeden Fall entweder einen rothaarigen Typ immer oder eine silberhaarige Tuss mit Augenklappe. Das ist mein Go-To. Ja, aber vor allem eine schöne Spielereihe. Wenn du sagst, kommt halt ein neues raus, ich bin gespannt. Also es gab irgendwie Gerüchte irgendwie. Ja. Das ist immer krass, immer wenn es so gesagt wird. Es gibt sehr viele Gerüchte. Man muss da echt vorsichtig sein mittlerweile. Ja. Und das ist auch, es ist nicht so krass bei irgendwie Sony oder Microsoft oder so, aber bei Nintendo immer, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass... Vielleicht haben die ein Leak. Dass es mehr jüngere Spieler gibt oder so. oder... Es kann aber auch krasses Marketing sein, weil das immer so irgendwie so zwei Tage bevor der Nintendo Direct kommt, twittert immer irgendjemand so ja, morgen kommt es bestimmt und dann ist es immer so, dass eine Direct kommt. Das ist voll weird. Auch die bei Meta, wo du auch... Wahrscheinlich tweetet einfach jeden Tag irgendwann, ja, morgen ist eine Direct und irgendwann stimmt es dann halt. Junge, Alter. Feifat Move. Ja. Sollen wir das auch machen? Sonst extra so ein Tweet, Tweets, so Tweets-Account erstellen und die ganze Zeit tweeten. Hey, morgen Direct, hey, morgen Direct, hey, morgen Direct. Ja. Aber es gibt ja echt die ganze Zeit... Also ganz krass war es natürlich während Smash irgendwie noch geupdaten wurde. Oh ja, mit Lex Chris. Oh ja, die letzten zwei Charaktere sind das und das und jetzt ist es irgendwie so, oh ja, Metroid Prime 4 und Metroid Prime Trilogy und bla, kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ich gebe da jetzt gar keinen mehr drauf, Alter. Auch Breath of the Wild 2, Alter. Ich bin jetzt so tot. Boah. Irgendwie lässt Nintendo gerade ihre Fans ein bisschen am langen Arm verhungern und die Third-Partys kriegen dann halt jetzt auftreten. Ey, das kann man nicht sagen, weil fucking Sinoblade Chronicles 3... Ja, aber es ist ja kein Nintendo-Titel. Ach so, First-Party. Ja, das ist ja ein Third-Party-Titel. Ja, das stimmt. Ja, es ist keine eigene Nintendo-Markt so gesehen. Es ist Mario und Rabbids First-Party. Ne, ist auch Ubisoft ausgesourced. Die haben ja nur die Lizenz bekommen. Aber es ist halt Mario. Ja, mein Gott. Ja, das letzte Spiel war Mario Strikers Charged. Oder? Wie war das eigentlich? War es gut? Keine Ahnung. Ich habe nichts von dem Spiel gehört. Ich auch nicht. Ich habe weder irgendwelche Streamer habe ich gesehen, die ich kenne, die das gespielt haben, noch irgendwas von dem Game. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das war nicht so gut. Ja. Aber ich weiß nicht, woher steht. Ich habe auch letztens noch mit Bugs geredet. Also mit Dr. Nerd. Der hat das Track. Nein, nein, nein. Der hat auch irgendwie ziemlich viel negative Feedback davon. Also viel zu wenig Charaktere und macht irgendwie auch nicht mehr so viel Spaß. Keine Ahnung. Ist halt der dritte Teil. Irgendwann erschöpft sich es auch. Ich habe nicht mal den zweiten Teil auf der Hunde gespielt. der erste war bestimmt auch am besten. Der erste ist geil, Alter. Der macht richtig Spaß. Aber heute kannst du es vielleicht auch nicht mal antun mit 4 zu 3 mit Gamecube-Grafik. Wenn du einen CAT-Monitor hast, schon habe ich im Keller stehen. Aber das ist auch der Grund, warum ich Gamecube oder Wii spiele wirklich gar nicht mehr zocke. Ich habe den Kaffee verdüdelt. Ich weiß, aber ich wollte es auch nicht sagen, weil... Warum sagst du nichts? Weil wir jetzt schon hier auf jeden Fall... Dings, wenn du Wii oder Gamecube spiele auf so einem fetten HDMI-Fernseher guckst, das sieht einfach scheiße aus. Ich weiß, ja. Das ist so verschwommen. Schlecht gealtert. Leider, ja. Leider. Deshalb wünschte ich mir echt alles wäre einfach auf der Switch. Stell dir mal vor, du könntest einfach jetzt so Path of Radiance auf der Switch zocken. Ich hätte das Save irgendwann nochmal... Ich kann es auf meiner Wii U spielen. Ich kann alle Gamecube-Spiele auf meiner Wii U spielen auf dem Handheld-Dings. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ich habe ja letztens Resident Evil 4 darauf durchgespielt im Handheld-Modus. Das ist so gut. Das ist epic. Ja. Aber ich kann Resident Evil 4 auf der Switch spielen. Ich kann auch Prime spielen auf der Wii U. Kann ich einfach Metal-Prime-Stuhl hier sitzen und ein Prime spielen. Das ist schon sick, ey. Warum macht Nintendo nicht ein Prime-Port? Apropos, wenn wir schon bei Wii U sind, wir hatten ja auch noch ein kleines Wii U-Revival neulich. Stimmt, darüber können wir reden. Weil irgendwie Minas hat plötzlich angefangen oder ich bin auch ein großer Xenoblade Chronicles-Fan und habe halt zwischendurch dann auch nochmal den ersten Teil durchgezockt. Ich habe alle Teile jetzt durch. Genau, Minas wollte irgendwie nie wirklich der Serie eine Chance geben. Ich habe auch den ersten, also ich habe es Xenoblade Chronicles habe ich wirklich dreimal angefangen. Beim dritten Mal durchgespielt. Ich frage mich, was dann wirklich der springende Punkt war, warum du es dann plötzlich durchgezogen hast. Wahrscheinlich, dass andere Spiele rauskamen zu der Zeit und ich dann den Fokus verloren habe und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich nichts zu zocken. Jetzt hole ich es nach. Ja, man muss auch sagen, eigentlich, wenn man das Spiel so von außen betrachtet, würde man auch denken, das ist nichts für dich. Weil du bist ja so sehr so ein Action-RPG-Fan, du magst es gerne, einen Knopf zu drücken und es kommt eine Attacke raus. Ja, da hast du recht. Und da ist es halt so, es ist schon Echtzeit, aber auch Turn-based irgendwie. Weil du hast halt so, es kommen getimete Auto-Attacks und du kannst halt deine Arts benutzen, aber du hast es nicht so, so wie bei Tails oder so, dass du einfach wie in einem Fighting-Game Commands eingibst und es kommt ein bestimmter Punkt. Ja, es ist nicht wirklich Echtzeit, ja. Sondern du wählst ja auch in so einer Palette quasi deine Arts, die du benutzt, aus und so. Man kann es eigentlich sagen, es ist wie bei so einem MMO-Effekt. Ja, es ist wie ein Single-Player-MMO. Ja, es ist wirklich. Auch, man hat halt auch so eine Riesenwelt und man hat da irgendwie die verschiedenen Mobs, die irgendwie einen sehen oder hören können, was auch in vielen MMOs gibt. Es gibt so Mining-Nodes und sowas halt wie sehr so typisch MMO. Und die Quest-Struktur mit Fetch-Quests ohne Ende. Man kann echt sagen, das ist ein Single-Player-MMO. Ja. Aber, ja, erzähl doch mal deine Reise durch Xenoblade. Oh Junge. Meinst du, die Zeit reicht dafür für den Podcast? Ja, klar. Ich kann mich ja kurz halten. Aber, ja, wie gesagt, ich hab auch immer zum Greedo gesagt so, ey, warum gibt es die New Blade Chronicles nicht als HD-Port oder so? Und dann gab's ja irgendwie für den New 3DS gab's einen Port hier, die mehr schlecht als recht war. Und dann endlich kam's für die Switch raus. Ich hab's dann auch mir gekauft, hab's auch angeschmissen. Dann dachte ich mir so, ja. Das füllen wir jetzt gerade erst auf. Man kann wirklich die ganze Trilogy kann man auf, man kann eigentlich die New Blade Chronicles X, aber das ist ja zufällig auf. Das kommt ja noch. Aber die anderen, man kann echt alle Teile auf der Switch spielen. Ja, es ist alles exklusiv für die Switch, ja. Die Nintendo Switch ist einfach die Sino-Blade. Da muss man sich auch fragen, warum bringt Monolith Soft nicht auch Sino-Saga und Sino-Gears für Switch raus? Können die eigentlich rotieren, ne? Weil im Moment kommt ja echt alles, es kommt ja auch Persona 3 und 4 und 5 kommen ja auch für Switch. Ja, das ist ein Schlupfloch, wir müssen ihn echt machen. Ich habe auf jeden Fall Sino-Blade Chronicles dann halt schon mal auf der Wii angefangen, dann habe ich es aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte und komischerweise auch immer an der gleichen Stelle aufgehört und dann habe ich es nochmal angefangen. Wo hast du dann aufgehört? Nach der Spinne quasi. Ah, du bist nach Leck gekommen? Ja, ja, nach Leck und dann habe ich aufgehört. Ah, das ist halt der Punkt, wo sich das Spiel ziemlich öffnet, ne? Ja. Ja, ja. Aber dann habe ich wirklich immer da aufgehört. Aber ich finde halt wirklich, ich habe ja auch Barton Kaitos durchgespielt, ist ja auch von, ist das Monolith Soft? Ja. Monolith, ne? Ja, es war ja halt auf dem Gamecube schon ein cooles RPG und so und da war auch das Charakterdesign so ziemlich weird eigentlich und nicht so standardisiert japanomäßig und bei Sino-Blade hat sich das so ein bisschen mehr japanusiert, sagen wir es mal so, aber dann habe ich es halt wirklich auf der Switch durchgezogen und da habe ich echt Blut geleckt und es ist halt so krass, wie viele Systeme in diesem Spiel verbaut sind, die Charaktere sind echt lovely und es passiert halt so viel Shit. Es ist halt wirklich so, du hast wenig Durststrecken und das Level-Design ist halt auch so schön, weil wenn das erstmal in diesen, danach nach Bionnis irgendwie auf diesen, in diesen Sumpfkampf und in diesen Sumpfkampf und dann musst du irgendwie da hochklettern und dann gehst du weiter und dann kommt das Nophorn-Wilch und das ist alles so gut connected. Ja, ich habe auch, als ich Xenoblade Chronicles das erste Mal angefangen habe, dachte ich auch erst so, oh fuck und das gleiche hatte ich auch zum Beispiel bei Monster Hunter Try, weil man hatte immer vorher so Infomaterial gesehen, so Trailer gesehen oder so und es sah voll geil aus, dann hat man angefangen zu spielen und es fühlte sich irgendwie komisch an und man dachte, oh shit, ich weiß nicht, ob das nicht was die Idee war. Das hatte ich bei Xenoblade Chronicles halt auch und das war halt schon am Anfang ein Tutorial, wo du Dunbarin spielst, ne? Ja, ja. Ich habe so gesehen, wie du so eine Art machst und du bewegst dich gleichzeitig und dann hören so seine Beine auf sich zu bewegen und du slidest einfach so über den Boden, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Und dann dachte ich so, oh shit, das ist schon so ein bisschen Dass der Oberkörper so stiff ist, ne? Ich weiß, was du meinst. Und dann habe ich aber halt irgendwie weitergespielt und wenn du dann echt in Colony 9 rumläufst und du hast schon diese riesige Map, weil da drumrum ist halt so viel und dann gibt es irgendwelche Wege hoch auf den Berg und du kannst überall und da runter gucken. Du kannst über die ganze Area gucken und überall alles, was du siehst, da kannst du auch hingehen. Das ist so eine geile Welt. Und du kannst sogar in irgendwelche Areas gehen und die sind halt für später gedacht und das sind halt Gegner, die können dich one-shotten so, wenn du halt den falschen Weg einschlägst und das gibt halt so ein Freiheitsgefühl und auch so ein Gefühl von, das Spiel nimmt dich nicht wirklich an die Hand. Ne, überhaupt nicht. Obwohl es viele Tutorials gibt und so, aber trotzdem bist du in einem gewissen Grad, sagt das Spiel, ja, hier, du bist jetzt in dieser Welt, guck, wo du bleibst, so. Und für mich waren dann echt so am Anfang halt so ein paar Magic Moments, die irgendwie dann für mich entschieden haben, so, okay, ich spiel das auf jeden Fall weiter, ich bin hooked. Ja, wo die Story weitergeht. Also ich das erste Mal über Lake Magdalena gestolfert bin, weil da bist du irgendwie, du spielst ja kurz als Fiora und musst Scholk in diesem Outlook-Park da suchen. Ja. Dann gibt's eine Cutscene und dann kannst du halt entweder, kannst du den ganzen Weg zurückrennen und du kannst einfach runterspringen und unten ist so ein kleiner Teich quasi in der Mitte, also da gehen ja quasi in so einem Viereck die Treppen so hoch, wie so eine viereckige Wendeltreppe und in der Mitte ist Wasser ganz unten. Ja, ja, kannst du abkürzen. Und wenn du da runterspringst und das ist Nacht, dann kommt da dieser Elite-Fisch und der ist dann einfach schon, zu dem Zeitpunkt war der irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Level höher als ich und hat mich quasi gethreeshotted oder so und als der mich angegriffen hat und dann dieses Theme kam, you will know our names, dann dachte ich so, oh, Alter, ey, das ist sick. Und dann, als ich dann quasi gesehen habe, quasi es gibt diese Monster, gibt's in fast jeder Ecke, wenn du explorst. Ja, ja, über Minibosse. Also Minibosse, die du killen konntest. Das war halt so mein erster Magic-Moment und dann die Story, wenn die Mechon-Colony 9 angreifen und was dann passiert. Ja, 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 mit dem Führer und so. Oh, da hatte ich wirklich so Shivers. Ich hatte echt so ein Gänsehaut-Moment. Ja, das hatte ich auch selten in Games, muss ich sagen. Und ab da dachte ich echt so, Alter, was ist das für ein Opening für ein RPG? Und da hatte ich dann richtig Bock und dann habe ich auch, ich bin, habe das Spiel auch echt ohne Pause eigentlich dann durchgespielt. Nee, ich mag auch das Setting. Das Setting ist irgendwie cool, dass so biologische Sachen verbunden werden mit so Robotern und so. Das Setting ist halt, und das sind halt zwei Lebewesen quasi und die eine ist biologisch basiert und die andere mechanisch basiert. Die haben irgendwann in der Urzeit gekämpft gegeneinander und sind dann beide scheinbar gestorben und auf ihren Körpern haben sich quasi Zivilisationen gebildet. Und es gibt halt auf Bionis, also dieser biologischen Dings, gibt es halt Homs, also die sind quasi Menschen und da gibt es halt auch alles so an Tieren, Monstern und so, wie man das halt kennt. Das ist halt echt was, was man so mit biblischen Entstehungsgeschichten zu tun. Ja, ja. Später mit so Gottheiten und Vibes. Aber sowas ist ja auch immer ein essentieller Teil irgendwie von Worldbuilding und so. Ja, aber auch bei Xenoblade, ja, gerade bei Xenoblade ist das auch immer so Kanon der Story, ne? Du willst immer so wissen, warum ist es überhaupt da? Und das Spiel ist cool, dass es das erklärt, warum diese Welt überhaupt so entstanden ist. Weil manchmal wird es sehr confusing wird teilweise, ne? Ja, es ist halt so Meta-Ebene. Ich hab mir auch ein Lore-Video angeguckt zu den Spielen, die alle zusammenhängen. Es ist schon geiert. Ja, es ist schon Hanebüchen, ne? Naja, auf jeden Fall. Und dann kommen halt Lebensformen von diesem anderen Koloss, von der Mechonis. Und das sind dann halt Maschinen quasi und die fallen halt über da die Menschen her und fressen die auf. Ja. Machen alles kaputt und so. Und es ist schon ziemlich grim und gritty irgendwie. Es ist nichts, was man so erwartet in einem JRPG. Ja, es ist halt so ein bisschen Kriegsszenario-mäßig und so. Und dann denkst du so, holy fuck, Leute können echt sterben und so. Und es ist Chaos. Und das erwartet man irgendwie nicht am Anfang von so einem Game. Da sieht man so, ja, irgendwann kommt das und so. Es tangiert mich vielleicht nicht. Aber das macht Xenoblade echt krass gut. Und auch später dann halt auch, wie die Story wieder zurückgeführt wird, ne? Also können wir ja nicht spoilern oder dürfen wir nicht spoilern, ist die Frage, damit Xenoblade eins. Ja, ich meine, wenn ihr keine Spoiler wollt, dann könnt ihr ja aussteigen an dieser Stelle oder skippen oder so. Ja. Nee, aber... Ich schätze mal, wenn, dann spielt ihr wahrscheinlich, also entweder kennt ihr die Spiele schon oder ihr werdet sie nicht mehr spielen und steigt direkt mit dem dritten Teil ein. Ja. Aber habt ihr jetzt ein bisschen Background-Knowledge vielleicht von dem, was wir erzählen? Ja, also Dreh- und Angelpunkt ist ja halt irgendwie, dass Shulk das Monado beherrschen kann und damit halt immer ein Stück in die Zukunft blicken kann. Was allerdings der Storyplot ist quasi, weil das Monado ihn ja quasi auch manipuliert und lenkt. Und das wird halt dann zum Schluss, führt das halt auf die finale Entscheidung hinzu. Und dann wird man auch rausfinden, warum das Monado so handelt. Das ist halt sehr verworren. Und an der Stelle muss man auch sagen, also der Monado ist halt so ein Schwert quasi, das kann halt als einziges Mechorn verletzen. Genau. Und dieses Monado gibt aber auch Shulk, wie gesagt, die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken und das ist auch tatsächlich ein Gameplay-Element. Ja. Weil teilweise seht ihr dann Visionen aus der nahen Zukunft, wo ihr von der Attacke von einem Gegner getötet werdet. Und dann könnt ihr darauf reagieren, indem ihr zum Beispiel Monado Arts benutzt. Da gibt es dann zum Beispiel Monado Shield. Dann könnt ihr, wenn ihr seht, ein Charakter wird sterben von der nächsten Attacke, die kommt, könnt ihr quasi vorsorgen und könnt ein Schild auf den machen und dadurch überlebt er es dann. Ja. Und das finde ich ein cooles Gimmick. Ja. Es ist jetzt kein krass Major-Gameplay-Mechanik irgendwie. Aber es wird ja zu Gameplay-Mechanik. Aber es ist halt, ich finde es cool, dass sie quasi so die Story noch ins Gameplay einwirken. Es wirkt halt total rund dadurch. Dadurch, dass du die Fähigkeit hast, ist auch im Gameplay, auch in der Story ist es ja auch wichtig, was Schulk sieht. Und dann kann er auch verschiedene Leute warnen. Oder kann sie halt nicht warnen und bereut das dann halt später. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, wenn du einen anderen Charakter spielst, dann kriegst du trotzdem diese Visionen und dann kannst du aus irgendeinem Grund du Schulk warnen, damit er diese Abilities benutzt. Und dann denkst du, hä, das ist ein bisschen doof. Warum wird jetzt Schulk von jemand anders gewarnt, wenn er doch die Visionen hat? Ja. Aber ja, man muss das halt irgendwie, weil es wäre halt schlecht, wenn man einen anderen Charakter spielt und dann nicht die Monado-Arts benutzen könnte. Ja, es wäre auch doof, wenn man nur Schulk spielen könnte. Aber wie gesagt, auch dieses Character-Building ist im Spiel auch krass, weil ihr könnt eure Party so customisen, ihr kriegt eine Handvoll von Charakteren und könnt die auch auswechseln, je nachdem, was ihr für den Playstyle bevorzugt. Die Kämpfe sind halt, in dem Teil sind sie halt echt gut, weil sie kurzweilig sind. Im zweiten Teil haben sie es ein bisschen verkackt, weil die Kämpfe viel zu lange dauern. Aber es ist halt cool, du kannst ja eine Party irgendwie ausrüsten, jede Ausrüstung sieht auch anders aus an den Charakteren, das ist auch immer, finde ich, der geile Sache. Stimmt, das war auch nur in, obwohl doch in X ist es auch so. Aber in 2 nicht, da gibt es keine Equipment. Also da gibt es Equipment, aber du siehst, das sieht nicht anders aus. Das sind quasi nur so Accessories, ne? Ja, genau. Das sind einfach nur so Amulette oder sowas, die du ausrüstest. Ja, das ist traurig. Ja. Also man hat halt auch, die verschiedenen Charaktere haben schon so Archetypen irgendwie, quasi Schulk ist wie so ein typischer, ja, Rogue oder, keine Ahnung, Schwertkämpfer, der halt Damage macht. Mhm. Schulk ist zum Beispiel ein Tank oder Shala ist zum Beispiel eine Heilerin, aber man kann trotzdem verschiedene Builds quasi machen, je nachdem, was für einen Skilltree man nimmt, was für Gems man equipt, was für Armor man benutzt. Man kann zum Beispiel auch, Schulk kann man, man kann halt Affinität zwischen verschiedenen Charakteren gewinnen, durch dass die die ganze Zeit zusammen in einer Party sind und verschiedene Sachen zusammen machen und dann, dadurch können die dann die Skills voneinander lernen und so kann man zum Beispiel, wenn man, wenn Schulk mit Rhydon befreundet ist, kann Schulk lernen, Heavy Armor zu tragen und dann ist er halt viel tankier, hat mehr Survivability oder aber zum Beispiel Dunban kann auch, kann ein Attacker sein, kann aber auch ein Tank sein. Er kann mit Heavy Armor tanken oder er kann komplett nackt tanken, indem er allem dodgt. So. Also er hat tatsächlich wirklich Skills, die irgendwie ihm Agility geben, wenn er kein Equipment anhat. Ja. Und mehr Damage geben oder so. Aber wie gesagt, also das Einzige, was ich vielleicht auch negativ dem Spiel ein bisschen ankreiden kann, ist halt, es wird am Ende halt schon sehr grindy. Also es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Schlüsselbosse, die müsst ihr halt irgendwie legen und die sind halt immer dann irgendwie ein paar Level höher als ihr und dann trefft ihr die halt nicht mehr, wenn ihr zu niedrigem Level seid. Und ihr müsst halt gucken, dass ihr höchstens ein Level unter diesen Bossen seid, weil sonst schafft ihr es fast nicht. Also das ist sehr hart. Ist dir irgendein Boss besonders im Gedächtnis geblieben? Hier den Zorg oder wie der heißt. Zord. Ah, ja, ja. Also Zord war schon ein kleiner Bastard, weil er so eine kleine Eds beschwert. Das ist so der erste Roadblock im Spiel, würde ich sagen. Ja, ja, aber das gibt es öfters im Spiel. Was ist mir noch im Gedächtnis geblieben? Wie heißt die? Lorythia oder so? Diese Tuse, die zu so einem fetten Telethia-Ding wird, im Herz von Bionis. Ah, das ist ganz zum Schluss, ne? Ja, ja, das ist der cancerigste Boss im ganzen Spiel, würde ich sagen. Ist das nicht der Bruder, der zu so einem Vieh wird? Ja, auch. Sie auch, ne? Ja, das ist halt so typisch Anime-Willen-mäßig. Ja, aber die spawnen halt auch die ganze Zeit irgendwie so diese Elementare da und die explodieren und so, ne? Ja. Und gleichzeitig ist noch überall Säure auf dem Boden. Also ich glaube, du wirst auch in diese Säure teilweise reingenockbacked. Kann das sein? Ja, das kann nicht sein. Auf jeden Fall, man muss halt diese Eds die ganze Zeit killen und die spawnt die halt im Kampf mehrmals neu und so. Und sie ist auch selbst übelst tanky und kann einen AOE machen, der fast deine Party wipet und so. So ein ganz ätzender Boss ist das. Ja, es gibt mehrere Bosse, die sind halt sehr, sehr, sehr schwierig zu legen. Aber ich überlege gerade, ich hatte echt bei vielen Bossen Probleme, muss ich sagen. Ich hatte auch bei diesem komischen Spinnenvieh, was dann auch in Gauer Plains ist, mit diesen Armen. Das ist das Tentakel-Ding. Das fand ich auch ziemlich schwierig, weil da musst du irgendwie auch Haze nehmen oder so oder dich schneller machen mit dem Monado. Das ist auch ziemlich tricky. Also eigentlich generell, alle McConaise Gegner waren eigentlich relativ hart für mich. Ja, bei diesem Tentakel-Ding kann ich mich auch noch erinnern, dass ich da erst gar nicht gecheckt habe, dass man die ganzen einzelnen Tentakel auch killen kann. Ja, das ist halt voll tricky. Das ist wirklich, wirklich, wirklich tricky. Wobei die Kämpfe eigentlich sehr simplistisch sind. Also meistens braucht man nicht viel Strategie. Ja, du musst halt eine funktionierende Party haben. Du musst gucken, dass du dich irgendwie hochhealst und genug Damage dealst. Und wenn du das nicht machst, bist du halt am Arsch. Und wenn du dabei noch die falschen Monados-Sachen einsetzt. Das ist sowieso, nach der Hälfte des Spiels kann man eigentlich fast nur noch Schulz spielen, weil wenn du dann auf McConaise bist oder so, sind ja alle Gegner quasi, also McConaise. Und da musst du halt echt das Monado benutzen. Und diese Buffs machen, damit alle angreifen können und Schaden machen können. Das ist halt dann ein bisschen blöd, wenn du einen anderen Charakter spielen willst. Also am effektivsten ist es dann, mit Shulk zu spielen. Also, ich weiß gerade nicht, ob es für... Also, wenn man zu Sword Valley geht, kriegt man auf jeden Fall ein Waffentier für alle Charaktere, mit denen man McConaise verletzen kann. Echt? Und später... Ich meine, dass Dunban irgendwie immer eine Option hat. Oder halt, wenn du Shulk in einer Party... hast, der macht immer automatisch am Anfang einen Chant auf der ganzen Party. Ja, mach ja das, mach ja das, okay. Aber manchmal lässt er sich auch ein bisschen zu lange Zeit dafür. Ja. Und Fiora kann auch immer McConaise verletzen. Ah, das stimmt. Weil sie hat ja quasi auch... Großer Spoiler hat ja auch den anderen Monado. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Ja, und manchmal war es aber auch so, dass mich halt auch... Zum Ende des Spiels ist es halt auch ziemlich so, dass viele Gegner einfach nur reingespampt sind. Aber ich habe eigentlich... In der zweiten Hälfte des Spiels habe ich immer nur Dunban oder Fiora gespielt. Ich habe auch Dunban gespielt, relativ am Ende. Und da habe ich auch manchmal das... Du kannst ja auch Gegner anlocken, indem du so einen Stein wirfst auf die oder so. Damit kannst du auch wegkiten von anderen Gegnern. Und das habe ich auch teilweise gemacht, weil halt einfach so Gegnerhorden mich teilweise echt kaputt gemacht haben. Ja, das ist wirklich was, wo man ein bisschen Geschick braucht. Teilweise in der Oberwelt irgendwie sich an Gegnern vorbeischleichen oder einen sicheren Weg wählen. Weil da läuft man halt wirklich sehr oft in irgendwelche Gegner rein, die viel zu stark für einen sind. Territorial Redbeard. Okay, ja. Territorial Redneck. Redneck. Wer kennt es nicht? Auch in Senoblade Chronicles X ist es wirklich so, dass die Story dich oft durch irgendwelche Areas leitet, wo du viel zu starke Gegner hast. Ja, ja, extra. Oder wo du dann über so einen Bergpass rennst und da sind diese kleinen, diese Blattviecher im Boden, Ja, die drehen sich immer so hoch. Alter, die sind so kälzer. Also die sind quasi getarnt auf dem Boden. Man weiß nicht, dass es Gegner sind. Und wenn du die triggerst, und die sind einfach 10 Level höher als du und one-shotten dich. Ja, aber wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Ich habe es echt nachgeholt. Das Spiel hat auch seine 50, 60 Stunden Spielzeit. Ending hat mich auch ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Ich glaube, mein erster Playthrough war 70 Stunden. Ja, meiner war jetzt 60, glaube ich. Und damals auf der Wii war es auch noch ein bisschen grindier, weil... Du hast es ja echt dreimal durchgespielt, muss man sagen. Ja. Dreimal oder zweimal? Nee, du hast auf der Wii zweimal gespielt und einmal auf der Switch, ne? Du hast auf der Switch auch zweimal gespielt. Auf der Switch habe ich es zweimal durchgespielt. Alter, Junge, du hast Zeit. Du hast wirklich Zeit gehabt. Weil das Spiel... Ja, aber New Game Plus hast du dann gespielt, ne? Nein. Nein? Hast du nochmal... Ach stimmt, New Game Plus habe ich auch damals auf Switch mal gemacht, einfach um zu gucken, ob man das speedrunnen kann. Ja, kann man. Kann man. Ich habe irgendwie vier Stunden gebraucht oder so, aber es geht auch bedeutend schnell. Für das ganze Spiel? Ja, ja. Boah, war es echt flott. Ja, du bist ja überall vorbeigelaufen. Ja, aber du one-shotest dann halt alles und du rennst halt die ganze Zeit nur. Und es aggroht auch nichts mehr, wenn du zu hoch im Level bist. Ja, stimmt, stimmt. Die lassen dich in Ruhe dann, ne? Ja, und dann geht es halt wirklich nur noch darum, irgendwie in einer geraden Linie über die Mack zu rennen. Ja, von A nach B. Und teilweise kannst du halt, indem du irgendwo runterspringst, kannst du halt extrem abkürzen. Aber das liebe ich in dem Spiel, ne? Dass du halt irgendwie wirklich so eine Exploration hast, ne? Du findest Flöhen, du findest Wasserfälle, du findest Verborgenes. Also das hat teilweise echt ein besseres Worldbuilding als hier irgendwelche auch Worldspiele. Ja. Das ist halt wirklich eine organische Spielwelt. Auch diese Pflanzen, die sich die Natur zurückhalten, dass ja auch mal über so Stahlträger rüberläuft oder so, auch mit dem Abend zum Beispiel, wenn du dann unten auch bei Yomis Mekonis bist. Also die Overworld ist zwar nicht krass detailliert oder so, aber sie ist kürdig dacht und es hängt alles irgendwie gut zusammen und so und es macht Bock zu exploren. Und mit der heutigen HD-Ga, also wenn das Spiel wirklich auf der Next Gen laufen würde oder so, dann mit der Gestaltung, dass die Pflanzen noch geiler aussehen und so. Ich glaube, es ist ja auch Icandy, ganz ehrlich. Also klar, das Spiel ist nicht so gut gealtert. Da kann es aber nichts für. Aber auf dem heutigen Standard würde man so ein Worldbuilding im heutigen Spiel haben mit so einer Fantasy-Grafik. Wäre ziemlich geil. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Auch die Skylines und so, die Skyboxen und so. Sieht alles wirklich, wirklich richtig schön aus. Auch in Chronicles X, ne? Da die Skyboxen sind richtig cool. Die sind richtig geil, ne? Und so Planeten und Stuff und Nebel und so. All on a different planet. Junge, shoutouts an Resident Evil Randomizer playthrough von uns. Ja, aber wie gesagt, ich habe den ersten Teil nachgeholt. Danach habe ich den zweiten Teil nochmals, noch mal angefangen. Also irgendwie immer so. Wahrscheinlich will ich den dritten Teil auch einmal anfangen, nicht spielen und danach richtig durchspielen. Nein, gar nicht. Ja, der zweite Teil hat ja dieses halt mit den Blades, ne? Dass du dann halt Mithran Pyra bekommst. Und die Story ist halt ein bisschen anders als bei Xenobl Chronicles 1. Das ist ein bisschen verkindlicht irgendwie alles. Charaktere sind auch ein bisschen nerviger in dem Spiel. Und das Kampfsystem ist halt wirklich nicht so gut wie in dem ersten Teil. Also Chronicles 2 hat mir auch viel Spaß gemacht oder so. Aber so retrospektiv fand ich Chronicles noch ein bisschen besser. Obwohl ich sagen muss, dass das Torma, der DLC, der ist halt richtig runtergedampft. Das ist echt so ein schönes 20-Stunden-RPG, was man einfach mal so zwischenschieben kann. Und das hat ein geiles Kampfsystem. Weil da hast du immer zwei Charaktere auch gebunden aneinander. Aber wenn du die einwechselst und den anderen Charakter spielst, macht er auch eine Attacke quasi, wenn er eingewechselt wird. Also du könntest dann quasi jetzt übertragen auf zum Beispiel Rex und Pyra, könntest du dann auch mit Pyra kämpfen. Genau, mit Pyra kämpfen. Du könntest dann Blade benutzen, ja. Und bei dem Chronicles 2 war das ja so, dass das Blade immer im Hintergrund stand und dich gebufft hat. Was ich komisch fand. Mit der Waffe. Ich dachte immer, es würde viel mehr Sinn machen, wenn Rex kämpfen und Pyra kämpfen. Ja, das würde auch mehr. Weil die irgendwie halt voll powerful ist und so. Obwohl ich das Blade-System geil finde, weil diese Charaktere kannst du in so einem Gacha-System, kannst du dir quasi zufällig, kriegst du dann irgendwelche Charaktere, die dann anders sind. Das macht irgendwie das Party-Building wieder geil. Also ich muss sagen, Chronicles 2, also in der Chronicles 2 ist von der Party-Building und von den Charakteren geiler als der erste Teil. Weil es einfach mehr Violet gibt. Aber der erste Teil hat ein besseres Kampfsystem. Das ist halt, das ist die Krux daran. Und ich schätze mal, im dritten Teil schaffen sie es. Beide Systeme zu feiern. Ich muss auch sagen, also ich habe zweimal auch Chronicles 2 angefangen. Ja. Und ich konnte irgendwie nicht warm damit werden. Aber ich glaube auch, dass ich irgendwie zu viele Vorurteile habe oder so. Oder mich halt irgendwie über die guten Seiten des Spiels so ein bisschen wegtäuschen lasse. Weil ich habe halt auch dieses übertrieben Anime-Stereotype bei den Charakteren und voll over-the-top-Cutscenen mit alles explodiert und Leute fliegen durch die Luft und Dragon Ball und... Ja, es ist... Und auch wie übersexualisiert irgendwie die Charaktere... Ja, das muss man nicht sagen. ...wie so ein Rex aussieht oder so. Also halt, das sind alles für mich so ablenkende Sachen irgendwie. Aber ich denke irgendwie, dass ich mich davon schon darüber habe hinwegtäuschen lassen, dass es eigentlich ein geiles Spiel ist. Es ist ein geiles Spiel, wirklich. Und auf den Gedanken komme ich dadurch, weil ich nämlich genau diesen Fehler bei Chronicles X gemacht habe. Oh ja. Weil ich habe das damals, glaube ich, sogar zu Release gekauft. Und ich habe es, keine Ahnung, vielleicht fünf bis... Ja, fünf Stunden oder so gespielt. Die erste Area, die ersten paar Story-Missionen gemacht. Und dann haben mich halt ein paar Sachen sehr gestört. Zum Beispiel, dass man in der Main-Story irgendwann nicht weiterkommt und dann so Vor-Objectives erfüllen muss. So, du musst die und die Side-Missions gemacht haben. Das ist aber auch heute immer noch so schlimm. Ja, das ist das Einzige, was das Spiel echt ein bisschen kaputt macht. Aber trotzdem, das Spiel hat so viel Gutes, dass es echt traurig ist, wenn man sich davon abbringen lässt. Und das habe ich halt damals getan. Jetzt neulich, weil halt Minas durch die Serie gespielt hat und dann halt auch... Und eigentlich wollte er auch erst X auslassen. Ja, ja. Und ich meinte, irgendwie ist X schon geil. So, ey, lass mal irgendwie ein Review gucken oder so. Ja, ja, das haben wir getan. Und dann gibt's irgendwie Macs und so. Und das ist ein ganz anderes Setting. Da haben wir es geguckt. Und dann hat Minas das halt gespielt. Und dann hatte ich auch irgendwie Bock darauf. Hat mir meine alte Wii U von meinen Eltern gekauft. Das ist so geil. Das ist so gut, dass du in der Wii U revivet hast. Und ich hab's auch angefangen zu spielen. Ich bin jetzt so ungefähr halb durch, schätze ich mal, höchstens. Ja, kann gut sein. Aber ich bin auf jeden Fall um einiges weiter jetzt schon als damals, als ich es angefangen hab. Und es macht auf jeden Fall richtig Bock. Es ist ein geiles Spiel. Es hat echt einige Verbesserungen auch gegenüber dem ersten Teil. Hat es, ja. Also schon an, das Setting ist so geil. Ihr macht euch in einem Charakter irgendwie... Die Menschheit musste umsiedeln von der Erde. Ja, die Erde wurde zerstört. Die Erde wurde zerstört, ja. Und musste umsiedeln. Und dann wird eure Arsch ja auch abgeschossen von den Bösewicht-Aliens. Und dann landet quasi dieser Teil von diesem Schiff mit dem Lebensspeicher auf den Planeten. Auf dem neuen Planeten. Auf dem feindseligen Planeten. Mit anderen Aliens. Und da müsst ihr halt dann gucken, dass ihr da irgendwie dieses New York City aufbaut. New LA, ne? New LA. New LA, nicht New York. Ja, und dann müsst ihr halt... Gibt's halt verschiedene Fraktionen. Und eigentlich versuchen die Menschen da irgendwie wieder Fuß zu fassen und diesen Planeten zu besiegeln. Gibt natürlich auch dann wieder einen anderen Storypunkt. Ich will's dir jetzt einfach nicht so sagen. Aber das Coole ist halt wirklich, man ist... Situationen und so. Ja, das kann's auch spoilern. Spoilig sein, nein. Aber dann halt, ihr seid ein eigener Charakter. Und das macht die Story halt auch wieder so glaubwürdig, weil ihr seid dann wirklich auch jemand, der die Alterung verloren hat. Ja, weil ihr seid dann wirklich gestrandet auf einem Planeten, den ihr nicht kennt. Und da gibt's jede Menge halt, ja, Alien-Life-Forms irgendwie. Und halt alles ist neu und anders und so. Und halt auch die Gegenden da sind halt so eher nicht so... Also sind schon Fantasy-mäßig so ein bisschen, aber halt eher so Alien-Sci-Fi-mäßig. Das heißt, ihr kämpft dann halt nicht gegen Fantasy-Monster, sondern halt gegen irgendwelche fetten Aliens. Ja, so ein bisschen Starship Troopers. Und dementsprechend haben auch die Charaktere eher futuristische Waffen. Ja. Das heißt, jeder hat eine Range-Waffe, also zum Beispiel eine MG oder eine fette Laser-Cannon. Ja. Oder ein Schwerter. Oder ein Laser-Schwerter. Oder ein Combat-Knife. Oder, ja, was auch immer halt. Dual-Blades. Und das ist doch so geil, wie du da deine Klasse zusammenfrickeln kannst. Ja. Und du hast echt so ein fluides System, das, was ich meine, was du einiges früher hast als beim ersten Teil. Und das Kampfsystem ist auch nochmal flotter als beim ersten Teil. Das macht richtig Spaß. Du kannst auch... Es gibt auch große Aliens, da kannst du die Füße zerschießen, dass die dann irgendwie auf den Boden fallen. Stimmt, ja. Das ist auch eine Wahrung. Man kann verschiedene Körperzonen analysieren. Und das macht einfach voll Sinn. Und diese Welt ist echt wirklich schön gestaltet. Es gibt zwar nicht so viel zu entdecken, außer halt Geld oder so. Also ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Waffen gewünscht, dass du da Waffen findest oder sowas. Oder irgendwelche Artefakte oder sowas. Aber wie das Spiel so instanziert ist, ihr habt immer was zu tun. Ihr freut euch eigentlich immer, wenn ihr irgendwie in Oblivia rumläuft oder so. Heißt Oblivia, ja, ne? Oblivia ist die Wüstenzone. Die Wüstenzone, ja. Der Planet hat verschiedene Zonen. Aber das Spiel hat wirklich, wie gesagt, diese Queststruktur ist halt schon painig. Dass ihr sagt, oh, du musst Stufe 24 sein und musst seltsamer Vertrauter abschließen und die Katze ist im Runden fangen. Ja, und das ist halt teilweise sehr obscur gemacht, weil man dann gar nicht weiß, was diese Quests, die man gemacht haben muss, überhaupt sind, wo die zu finden sind. Ja, ja, und wo die NPCs sind, die dir diese Quests geben und so. Du bist eigentlich ständig am Suchen. Am besten nimmt man sich echt einen Guide und guckt, wo diese Leute rumstehen. Das erspart einen sehr viel Trouble im Spiel. Aber dennoch, es hat eigentlich eine richtig krass gute Exploration. Ihr könnt auch voll schnell rennen und hochspringen. Und später, du hast noch keine Scales, ne? Ich bin kurz davor. Ich bin quasi bei dem Examen, wo man irgendwie acht oder zehn Zeitquests machen muss, bevor man das Examen machen kann. Aber ihr kriegt da später echt so einen Scale, halt so einen Roboteranzug, mit dem ihr auch euch besser bewegen könnt und schneller seid und so. Und das öffnet dann auch wieder in der Open World einiges. Und das könnt ihr auch im Kampf diese Scales benutzen. Und ihr könnt auch später für eure Teammitglieder Scales kaufen, könnt die einfärben, könnt die customisen. Also ihr habt so viel zu tun. Und ihr habt ja, ihr habt so viel Management in dem Spiel. Und es macht einfach nur Spaß, sein Geld dann rauszugeben. Und schon davor auch das Equipment der Party. Auch. Das ist schon eigentlich genug zu tun für den RPG. Und dann hat man noch die Scales obendrauf. Ja, da kannst du noch Firmen unterstützen mit deinem Geld. Weil es gibt, keine Ahnung, bestimmt noch zehn Charaktere, die man rekrutieren kann oder mehr wahrscheinlich. 20 Charaktere oder so, ja. Und dann noch die Maincast. Was heißt Maincast? Es gibt eigentlich drei zentrale Charaktere, die man fast immer hat, so. Aber man kann die halt auch ausswitchen. Und es gibt, wie gesagt, sehr viele Charaktere. Alle haben unterschiedliche Klassenkombinationen. Manche haben auch unike Classes, die ihr selbst gar nicht haben könnt. Ja, stimmt. Oder irgendwelche Abwandlungen von bestimmten Classes. Und ihr könnt halt auch, ihr könnt die ganzen Classes von diesen Charakteren halt auch lernen. Also man kann sich echt in verschiedene Richtungen entwickeln. Am Anfang ist man irgendwie einfach so ein Dude mit einem Messer und einem Maschinengewehr. Und später kann man halt auch wie Elmer, also einer der Hauptcharaktere, kann man halt auch zwei Schwerter und zwei Miniguns haben. Oder man kann irgendwie so ein Katana. Oder eine Laser-Schwerter. Oder so. Oder eine Rifle haben. Oder eine Sniper und eine Speer. Und wenn man eine Class gemastert hat, kann man auch zu einer anderen Class switchen, kann aber die Skills und die Waffen von einer anderen Class übernehmen. Das heißt, man kann alles noch so mix and matchen. Und es gibt da echt viele Kombinationen, seinen Charakter zu bauen. Manche sind auch richtig broken. Ja. Ja. Das ist schon... Es macht schon echt Bock. Nur es ist halt wirklich so ein bisschen obskur teilweise. Und man braucht echt teilweise einen Guide. Ja, das Spiel bräuchte wirklich ein Remake und dann Quality of Life Change. Bessere Questmarker, bessere Ranführung der Story. Ein paar Sachen vielleicht ein bisschen beschleunigen. Oder so. Weil das Spiel hat halt wirklich viel zu viel Leere teilweise. Du rennst halt in dieser Stadt rum und findest dich nicht zurecht. Ich muss auch sagen, auch bis heute die Characters zum Beispiel catchen mich nicht wirklich im Spiel. Oder die Storys wirklich. Aber was halt catcht, ist wirklich die Welt. Ja, die Exploration. Die Welt ist auch so das Meat and Bone von dem Spiel. Ich will nicht zu viel sagen, aber für mich ist es vielleicht mit Elden Ring oder so eine der besten Open-World-Games-Welten, die ich hier gesehen habe. Und ich glaube, das Team würde ja auch aufgrund dieses Spiels quasi angeheuert für Breath of the Wild, ne? Ach, wurde es? Das wusste ich nicht. Ich meine nicht. Aber ich finde wirklich, ich finde aber wirklich, Xenoblade Chronicles X hat eine bessere Open-World als Breath of the Wild. Weil du hast da Höhlen, die unter der Erde sind. Du hast Klippen. Du hast Wüstenbereiche, die cool designed sind mit irgendwelchen Wasserfällen, mit Sümpfen und so. Du hast diese Dschungel-Area sieht auch ziemlich cool aus. Also dafür, dass es so ein älteres Wii U-Spiel ist, sieht das heute noch okay aus. Sieht nicht extrem geil aus, aber es ist okay von der Grafik. Man ist so ein bisschen begeideter dadurch, dass man halt nicht überall hin kann. Ja. Bei Breath of the Wild kannst du ja wirklich überall hochklettern. Und... Ja, da hast du Klippen, ne? Das ist halt irgendwie cool. Es gibt ein geiles Freiheitsgefühl. Aber in Xenoblade Chronicles X ist es halt... Da stößt du teilweise auf irgendwelche Hindernisse. Die natürlich sind. Oder du denkst, du weißt nur, ich muss auf der Map zu dem und dem Punkt, aber du weißt dann nicht, wie du da hinkommst. Und dann bedarf es halt sehr viel Exploration und halt auch Nachdenken, so, ah, vielleicht kann ich da um den Gebirgspass rum und kann dann von der Seite da, vielleicht ist da eine Höhle da hoch oder so. Und dann findest du halt irgendwann einen Weg dahin und das ist dann schon ein geiles Gefühl. Ja, ja, das ist... Und in Breath of the Wild könntest du halt stattdessen einfach auf irgendeinen hohen Punkt gehen und rübergleiten. Ja, ja, da kannst du einen Gleiter nehmen und einfach rüberfliegen. Ja, und dann gleitest du einfach eine Viertelstunde über eine Wiese drüber, wo einfach nur zwei Schafe stehen. Das ist halt so. Und auch Monster, also auch Gegner-Variety ist da ziemlich okay. Nicht krass gut, aber es gibt halt sehr viele verschiedene Gegnerarten. Ja, und es gibt natürlich auch wieder die Mini-Bosse, die überall rumkommen. Ja, ja, ja. Was aber auch cool ist. Und die Mucke ist irgendwie auch halt auch okay. Teilweise ist es halt auch so, da hatte ich dann auch so zum Beispiel diese kleinen Viecher, die ich eben gesagt habe, die sich als so Blumen auf dem Boden teilen und die halt hochfliegen, wenn man dran vorbeirennt und dann angreisen, habe ich halt dann irgendwo eine Röde gefunden mit denen. Nee, ich habe mich irgendwo anders auf der Welt dann in Oblivia, habe ich dann halt auch so eine riesige Blume auf dem Boden gesehen. Ich dachte so, oh shit, let's go. Und sie rennen halt einfach mit Vollspeed da drüber und springen und dann fliegt das Ding halt wirklich hoch und ist so ein Mini-Boss. Cool. Das war dann schon irgendwie ein geiles Erlebnis irgendwie oder eine coole Situation. Ja. Nur negativ muss ich dem Spieler auch wieder ankreiden. Das ist sehr grindlich und die letzten drei Bosse sind so scheiße schwierig. Echt? Es erinnert mich schon fast ein bisschen so an Lylat Wars Bosse. Also es ist wirklich so ein Mix-Up und so von Lylat Wars Bossen, dass du halt mehrere Schwachpunkte kaputt machen musst von Bossen und sonst was. Das ist cool designt und da hätte eigentlich wirklich, da spielt die Steuerung so ein bisschen ein in einem Streich mit der Kamera und so. Wird man das heute echt remaken mit den Skells, dass das noch besser funktioniert, wäre das echt eines der besten RPGs. Ach, kämpft man da mit den Skells zum Schluss? Ja, ja. Du kannst ja immer mit deinen Skells kämpfen. Es gibt fast, vor allem späteren Bossfights kannst du auch mit Skells kämpfen. Oh. Ich will jetzt nicht spoilern, aber. Dann hat man aber den übelsten Nachteil, wenn man das nicht tut, oder? Das Problem ist aber auch, ich habe so oft mein Spiel reloaded, weil irgendwelche PCs ja kaputt gegangen sind. Das ist so scheiße teuer, die zu reparieren. Also ein Scale ist wirklich, ich habe mir noch selber kaputt gemacht. Ich bin in so ein Buttonless Pit reingefallen, wurde wieder gespawnt, dann war mein Scale kaputt. Boah. Ja, also wenn du ein Scale hast, mach immer zwischenspeichern. Ja, ja. Immer wenn du irgendwo bist, mach wenigstens ein Save, weil das hat mich auch, glaube ich, so fünf Stunden oder sechs Stunden zurückgeworfen. Boah. Ja, weil ich einfach das Geld nicht mehr zusammengekriegt habe. Da dachte ich mir so, Alter, nur wegen dem Scale, weil er jetzt kaputt gegangen ist, dann habe ich halt nicht gespeichert, habe gesettet. Hast du dann wirklich nochmal bis dahin gespielt? Ja, ja. Wäre es dann nicht schneller gewesen, das Geld zu grinden und sich noch einen zu kaufen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich habe mein Scale auch lieb gehabt. Den habe ich auch kosten meistens so. Aber du kannst, also der ist nicht komplett kaputt, du musst dann quasi so eine Versicherungssumme bezahlen, damit du ihn wiederkriegst. Ja, ja. Aber das ist halt schon Hanebüchen, wenn du halt wenig Geld hast und alles in Equipment stehst. Es ist halt sowieso irgendwie krank, aber irgendwie auch geil, dass das Spiel halt wirklich versucht, einen in diese Welt reinzukriegen, weil ihr seid dann nicht einfach nur eine Random-Helden-Party wie im ersten Teil, sondern ihr gehört da wirklich zu diesem Staat quasi. Ihr kämpft das Überleben, ne? Insofern sind zum Beispiel die Checkpoints, also was im ersten Teil die Landmarks waren, das waren einfach irgendwelche Random-Punkte auf der Map, wo ihr halt dann hingekommen seid und dann war das ein Checkpoint und ihr konntet da respawnen. Dort ist es dann aber so, ihr müsst diese Checkpoints quasi selbst herstellen, indem ihr solche Probes, also Sonden, in einem Boden einpflanzt und die sind quasi, bohren sich in den Boden rein und fördern quasi die ganze Zeit Miranium, heißt das, das ist quasi so eine universelle Währung auf diesem Planet, die da abgebaut wird. Und das sind dann eure Checkpoints und ihr müsst diese Dinge halt überall auf der Welt, müsst ihr die einpflanzen. Ihr habt so eine Wirtschaftssimulation quasi. Genau. Und die verdient dann quasi passiv für euch Geld, während ihr spielt und so bekommt ihr an euer Geld, weil das Töten von Monstern oder so gibt euch nur ganz, ganz wenig Geld. Hast du das cool gemacht. Das ist wieder so ein System on top. Das ist wirklich bei Sie. Weil so wird halt auch wirklich die Exploration nochmal extra rewarded, weil je mehr ihr explort, desto mehr Income habt ihr und desto mehr Geld habt ihr auch, weil es gibt Miranium und Geld gibt es. Ja, ja. Das ist separat. Und dieses Miranium zum Beispiel, das muss man auch die ganze Zeit spenden an so Waffenherstellern. Und die erforschen dann dadurch neue Waffen, die ihr dann kaufen. Und das ist Echtzeit, ne? Ich glaube, alle 30 Minuten bekommst du die Mineralien und alle Stunde kriegst du das Geld. Echtzeit im Spiel. Andersrum. Oder ich glaube, alle Viertelstunde kriegt man Geld und alle Halbe Stunde kriegt man Miranium. Irgendwie sowas. Aber das ist halt wirklich cool, weil während ihr eine Story-Missionen macht, kriegt ihr halt dann passiv Geld. Und wenn ihr dann wieder zurück in der Base seid, könnt ihr dieses Geld auf den Kopf hauen und euch coole Sachen dafür kaufen. Also es ist wirklich, ich habe das Spiel wirklich lieb gewonnen und es ist eine Erfahrung wert gewesen. Ich finde echt, es ist halt sehr unik. Sowas hat man vorher noch nie gespielt. Und gerade, keine Ahnung, gerade diese Skell-Idee finde ich so geil. Dass du halt irgendwie noch so ein anderes System hast, dass du mit so Robotern kämpfst. Kannst aus den Robotern aber auch aussteigen im Kampf und weiterkämpfen oder zu Fuß oder so. Es gibt halt auch so riesige Gegner auf der Map, die man halt zu Fuß überhaupt nicht killen kann. Zum Beispiel in der ersten Area Primordia, das ist halt so ein, ja so sehr weitläufig mit Wiesen und teilweise bergig und da gibt es dann halt auch so riesengroße wie Brachiosaurier, aber sehen halt sehr alienmäßig aus mit irgendwelchen Pilzen, die aus dem Rücken wachsen und so. Und die chillen da einfach und trinken an irgendeinem See. Aber ihr könnt die halt angreifen, wenn ihr wollt. Und die stompen halt einmal auf dem Boden und deine ganze Party ist tot. Und sowas kann man halt nur mit einem Skell, was halt riesige Mechs sind quasi, bekämpfen. Und das finde ich cool, weil es macht Sinn irgendwie. Und ja, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe Skells noch nicht freigeschaltet, aber ich freue mich darauf. Ja, du kannst dich auch drauf freuen. Das macht das Spiel. Ich habe auch mal Armored Core gespielt und ich war schon so ein bisschen Fan davon, halt auch diese Mechs so selbst zusammenzubauen und verschiedene Farben drauf zu machen und so. Ich glaube auch, die haben sich ein bisschen von Armored Core inspirieren lassen. Aber es ist ein cooler Mix. Ich hoffe, dass wirklich ein neues Armored Core kommt von Formsoftware. Ich bin jetzt so kein Armored Core Fan, aber... Du hast es auch nie gespielt. Nee, nee. Ich glaube, es wäre was für dich. Ja, meinst du? Ja. Das ist so geil. Es ist echt cool. Aber wie gesagt, also... Und es ist auch sehr Hardcore. Nein, es ist aber wirklich schwierig. Ja, es ist wirklich der Mesh Warrior. Ich habe früher Mesh Warrior 3 gespielt auf dem PC. Richtig. Das war so krampfig, Alter. Immer sind meine Füße kaputt gegangen und so. Ich konnte da nicht mehr laufen und so. Das war so ein Krampfspiel. Das war so wirklich krampfig. Man musste halt mit so einem Roboter gegen andere Roboter kämpfen. Und du hast es immer aus der Ego-Perspektive gesehen und irgendwie ist immer irgendwas mit deinem Roboter kaputt gegangen. Ja, und da gab es halt auch Mag-Fights, aber es gab auch irgendwie, dass du durch ein Level rennst und bestimmte Punkte zerstören musst. Bei Armored Core? Oder so bei Armored Core, ja. Das wusste ich gar nicht. Und die Mags, du konntest halt echt voll unterschiedliche Mags bauen. Du konntest einen zum Beispiel mit so einem Panzerunterkörper bauen, also mit Ketten quasi. Dann kannst du rumfahren. Der ist dann extrem gepanzert, aber der ist halt nicht so mobil. Der kann nicht jetzt rumspringen oder so. Also der kann hovern irgendwie mit so Düsen. Ja. Aber du konntest halt zum Beispiel einen mit so Reverse-Jointed-Legs bauen. Der kann extrem hoch springen. Der kann dann auch irgendwie an so Häusern einfach so Wall-Jumpen oder so. What? Wie geil. Ja, das Spiel ist richtig geil. Ich schwör's dir wirklich. Ich muss mir das mal angucken. Und du konntest dann auch verschiedene Sachen draufgekunden. Du konntest einen bauen mit so Laserschwertern als Armen oder so. Oder irgendwie mit so fetten Laser-Gunzen. Das war da PvE oder was? Du hast immer Missionen gehabt oder was? Es gab beides. Es gab PvE, es gab PvP. Du konntest mit Leuten zusammen gegen irgendwelche fetten World-Bosse kämpfen und so. Es war wirklich geil gemacht. Klingt interessant auf jeden Fall, wenn das gut gemacht ist. Ja, mir fehlt halt irgendwie echt mein guter Shooter oder so. Und die Customization war halt wirklich nice. Glaube ich, glaube ich. Du konntest halt auch, wie gesagt, auch dann die Dinger selbst painten und so. Ja, das kannst du da auch machen in Xenoblade Chronicles X. Wie gesagt, Hidden Pearl, würde ich sagen. Das ist echt eines der wenigen Spiele auf der Wii U, wo es sich echt mal lohnt, eine Wii U zu haben. Mir macht es auch auf jeden Fall richtig Bock. Vielleicht kriegen wir irgendwann ein Remake, wer weiß. Aber es ist, glaube ich, kommerziell ein bisschen gefloppt. Bei mir reicht es so, die das auf Wii U durchzuspielen. Mir auch. Ja, und jetzt steht der dritte Teil in den Startlöchern, Xenoblade Chronicles 3, wo ich eigentlich ziemlich angetan von bin. Es gab auch letztens eine Direct nochmal, da haben sie halt ziemlich viel über die Story noch erzählt und auch über das ganze Klassen-Charaktersystem und was da in der Welt irgendwie abgeht, weil da geht es ja auch wieder um Kriege und da gibt es auch irgendwie zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen. Man ist da, glaube ich, auch irgendwie so ein Rekrut oder... Nee, es wird irgendjemandem geopfert irgendwie an so einer... Also, sobald ich das verstanden habe, gibt es halt zwei verschiedene Nationen, die gegeneinander Krieg führen. und man hat ja eine Party von sechs Charakteren... Von acht? Sechs? Sechs. Sechs oder acht, ja. Sechs Charakteren und quasi drei davon sind von der einen Nation und die anderen drei von der anderen Nation. Das heißt, sie sind eigentlich befeindet und freunden sich dann aber irgendwie an, wahrscheinlich um gegen ein größeres Übel zu kämpfen, das hinter dem Ganzen steckt. Und soweit ich weiß, dieser Noah und diese... Also, dieser Haupttyp, der auf so einem Monado-mäßiges Schwert hat. Mit dem Schulk-Ambilu hat der sogar das Monado, wenn ihr das habt. Und dieses Katzenmädel, die haben ja so Flöten und ich glaube, die senden quasi irgendwelche Leute, die sterben im Krieg, senden die irgendwie wieder zurück, also retten quasi deren Seelen oder so. Ah, interessant. Wahrscheinlich damit die dann quasi wieder neu gespawnt werden, weil irgendwie die Leute in dieser Welt nehmen wir halt nur zehn Jahre oder so. Ja. Also, es ist ganz weird und da gibt es halt auch irgendwelche riesigen Mechs, die dann irgendwie die Toten absorbieren und damit quasi... Stimmt. ...die als Energiequelle... Ja, aber auch diese... Man hat so eine Königin gesehen, wo du meinst, ja, du hast es geschafft und dann wird dir irgendwie so jemand geopfert oder so. Ist auch richtig krass. Hast du dir mal diese Königin angeguckt, wie die aussieht oder wie die aussehen? Ich hab's jetzt nicht mehr... Also, wie tier lässigern oder was? Nee? Du sagst dir vielleicht diese Königin an. Okay, mach ich. Sagst dir irgendwas. Mach ich. Mir ist es direkt aufgefallen, oder was? Ja. Okay. Also, auf jeden Fall... Ich weiß nicht, gibt's zwei Königinnen? Kann sein. Ja, von jeder... Von jeder... Ich glaub schon, ja. Auf jeden Fall bei der einen ist mir das sehr krass aufgefallen. Ich guck mir gleich nochmal einen Trailer an. Ähm, aber, ähm... Auf jeden Fall, das Setting ist schon mal recht vielversprechend. Ja. Es klingt schon auch sehr düster und weird und abgespaced irgendwie. Und das Erste, was man ja eigentlich von dem Spiel gesehen hat, waren irgendwelche Konzepts von der Welt. Und man hat direkt irgendwie so welche von diesen Titanen gesehen, aber dann auch so, ähm, Elemente von, von Xenoblade Chronicles 1, ne? Ja. Also man hat eine Area gesehen, die, äh, ein bisschen aussah wie Bionis Leg. Man hat da sogar diese, kennst du diese Guideposts, diese, äh, Stein... Ja, 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 die gibt's auch in Xenoblade 1, ne? Die gibt's da auch, ne? Und man hat irgendwie im Hintergrund aber auch so einen Titanen gesehen, von irgendwas aufgespiezt oder so, ne? Ja, da gibt's auch irgendwie so ein fettes Schwert. Oder zusammen mit dem Schwert von McConaughey. Genau. Und das Schwert hat, glaub ich, auch noch ein Bewandtnis mit dem Hauptcharakter, dass er irgendwie da hingehen muss, um eine Prüfung irgendwie so abzuhalten. Ah, ich hab's jetzt gerade voll was Kribbeln, ey. Ich will das gerne spielen, Alter. Ich bin hot. Ich bin richtig hot. Ja, also wie gesagt, das Setting sieht schon mal interessant aus. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie find, dass das Spiel unbedingt so voll die Nots zu den vorherigen Teilen brauche, oder die irgendwie zusammenschließen muss. Nö, aber es ist ein bisschen more of the same, aber es stört mich überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Und halt das System sieht schon echt krass aus. Ja, ihr könnt eure Klassen zusammenbasteln, wie ihr wollt. Ihr könnt die Waffen wählen, die die Charaktere haben. Jede Waffe hat... Waff... Waffel. Jede Waffe hat irgendwie noch eigene Fähigkeiten, dass sie irgendwie schneller Schaden machen oder den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen oder so. Der Cast von den Charakteren sieht auch sympathisch aus, finde ich. Ja. Ich hab da jetzt auch niemanden, den ich so krass unsimpasch finde. Und das geile Feature ist natürlich auch, dass die beiden Charaktere sich fusionieren können zu einer neuen Form. Ja. Ist halt auch wieder Systeme. Das ist so krank. Das System, ne? Ja, ja. Es ist einfach... Es wird, glaube ich, nicht langweilig. Ich glaube, es gibt auch wieder so Gems irgendwie für dein Equipment. Es gibt, glaube ich, alles. Alles, was vorher gab. Also du hast erstmal deine Charaktere, die alle verschiedene Rollen quasi haben. Diese Rollen kann man aber auch ändern. Ja. Man kann die Charaktere ausswitchen. Man kann hin und her switchen, wen man gerade steuert im Spiel. So wie im zweiten Teil. Man kann jeden zu einem Tank, zu einem Attacker, zu einem Healer machen. Ja. Man kann dann noch die Charaktere fusionieren zu so fetten Megaswords oder so. Und zu zwei verschiedenen, ne? Je nachdem, welchen Charakter... Stimmt, je nachdem, wer gerade aktiv vorne ist, ist die Form anders. Und ich wette, das hat im Kampf einen krassen Impact oder so. Weil wenn diese Form dann irgendwie ist so, dass du einen fetten Hammer hast mit einer Fusion, kannst du wahrscheinlich irgendwie mega Schilde kaputt machen und mit einer anderen Form oder was anderes. Ich weiß auch gar nicht, diese Form, ersetzt die quasi Chain Attacks? Nee, Chain Attacks gibt es immer noch. Ich glaube, Chain Attacks gibt es immer noch. Dann das auch noch? Ja, das... Du kannst sogar nur für eine einzige Attacke in der Chain Attack dich kurz verwandeln. Dann machst du deine Attacke und danach verwandelt es dich wieder zurück. Krass. Das habe ich gesehen im Trailer. Also Spiel wird, glaube ich, Gameplay mäßig und kann systemisch richtig geil sein. Rocken. Dann gibt es noch Heroes, die ihr rekrutieren könnt. Die sind quasi wie die Blades im zweiten Teil. Nur, dass es da jetzt so ist, dass ein Charakter die Class von denen dann noch erlernen kann. Das heißt, ihr könnt zusätzlich dazu, dass es eigentlich schon viele Klassen gibt in dem Spiel, könnt ihr noch mehr Classes bekommen. Die dann noch unique sind. Durch diese Charaktere. Und die Classes verändern auch übrigens, wie euer Charakter aussieht. Ja, die Mode von denen. Das ist cool. Also echt sehr viel Shit. Ich glaube, da muss... Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, sich da reinzugucken. Ja, das wird auch locker so ein 60, 70, 80 Stunden Spiel. Und ich wette, ich wette, es wird richtig, richtig cool. Es sieht auch gut aus. Halt für so Completionists wird das Spiel ein richtiger Meidner. Ja, aber immer. Mit jedem Charakter alle Classes zu maxen. Ach so topisch. Alle Heroes sammeln, damit man wirklich alle Classes hat. Den Ansporn habe ich bei den Spielen. Will ich auch nicht. Alter, dann sässe ich jetzt immer noch... Das bist du auch einfach irgendwann zu overpowered. Ja, das macht es auch langweilig. Aber ich habe halt... In 7th Chronicles Definitive Edition konnte man ja sein Level wieder runterkacken. Ja, da gab es ja diesen Modus. Das war ganz cool. Das war gut zu trainieren. Soweit ich gehört habe, gibt es das nicht in meinem Teil. Ist aber auch nicht nötig. Hatte ich im zweiten Teil auch nicht. Nee, ist auch nicht nötig. Aber wenn man halt extrem viel grindet, dann ist man halt irgendwann overpowered. Ja, aber ich finde, das Spiel macht einen schlechten Job, wenn es diese Optionen geben muss. Weißt du? Ja, klar. Aber das ist eine RPG-Krankheit. Klar, die Leute... Das ist aber auch bei Elden Ring. Noobs, die jetzt in Elden Ring spielen, die leveln sich halt ihren Charakter auf Level 500. Und schaffen das Spiel. Ist halt nicht schlimm, dass sie es tun. Aber es ist halt schon monoton. Und so ist es in RPGs auch. Es gibt dann Leute, die grinden einfach die Scheiße aus ihren Charakteren aus und tu schon jeden Boss oder so. Ich finde es okay, dass es in den Spielen drin ist. Ich will gar nicht wissen, wie lange es dauern würde, auf Level 500 zu kommen. Bei Elden Ring, das höchste, was ich geschafft habe, war irgendwie vielleicht 110 oder so. Es gibt sogar AFK-Farm. Es gibt irgendwie so eine Gruft, wo du dich hinstellen kannst. Da spawnen die ganze Gegner. Und wenn du dich irgendwo hinstellst, dann fallen die irgendwie runter und du kriegst dadurch ruhen. Und die spawnen die ganze Zeit immer weiter? Ja, ja. Da gibt es irgendwie so eine... Es gibt voll viele. Das Einzige, was ich kenne, ist in dem Level von Moog, da stehst du einfach oben auf so einer Klippe. Da ist direkt auch so eine Sight of Grace. Und wenn du runterguckst, ist da so ein riesiger Rabe unten in so einem Blutsumpf. Und wenn du den abschießt mit einem Pfeil, rennt er auf dich zu und stürzt von der Klippe. Und das Ding gibt halt irgendwie 10.000 Seelen oder so. Und du kannst halt einfach den abschießen, kannst dich direkt ans Grace setzen. Und während du da dran sitzt, kriegst du dann die Seelen, kannst direkt wieder aufstehen, kannst wieder schießen. Hast du selber rausgefunden, Trick? Nee, nee, hab ich schon im Video gesehen. Nee, ich kenne auch... Ja, es gibt voll viele XP-Tricks. Auch das irgendwie so... Bei irgendeinem Turm kannst du runterreiten und dann kommt so eine Kugel, die spawnt hinter dir. Dann musst du nach rechts leiten und dann fällt die Kugel runter. Stürbt. Das ist ein Gegner, diese Kugel. Und dann kriegst du auch voll viele Seelen dadurch. Oder Runen. Nee, aber wie gesagt, ich werde das Spiel nicht rushen. Ich möchte richtig schön Zeit dafür nehmen. Ich freue mich. Ich hole es auch bei One. Also Sieg und Black Chronicles 3 jetzt. Ja, Sieg und Black Chronicles 3. Wir haben gar nicht über Monster Hunter geredet, ne? Junge. Stimmt. Junge, Junge, Junge. Noch nicht. Willst du noch? Kannst du noch? Ja, sehen. Worauf freust du dich am meisten bei Sieg und Black Chronicles 3? Story auf jeden Fall. Ich bin eigentlich kein Story-Match, aber da freue ich mich um die Story oder so, weil ich weiß noch nicht so viel darüber und auf jeden Fall auch wieder aufs Kämpfen und auch auf die Exploration. Ja, das ist für mich halt auch das. Also halt irgendwie so Classes zu unlocken und so meine Party zu customisieren und halt die Exploration, ja. Ja, das ist der und Angelpunkt. Das ist halt schade, dass jetzt bei Sinoblade Chronicles 2, da wurde ja, da wurde bei diesem Chorma-DLC, da wurde auch voll viel reused aus dem Main-Gaze. Quasi ganz Gormod wurde quasi reused. Das ist ein bisschen lazy gewesen, aber ich freue mich jetzt halt wirklich auf die Richtung. Gormod ist die erste Area. Genau, nach dem Wald quasi, dieses große Giraffenvieh. Dieser erste Koloss quasi. Aber hat geile Musik. Zusätzlich zu diesen, ja, Mini-Boss-Gegnern, also diesen Elite-Gegnern in der Welt, gibt's jetzt noch so Skirmishes, ne? Wo irgendwelche zwei Parteien gegeneinander kämpfen und du kannst dich für eine Seite entscheiden und kriegst dann verschiedene Rewards, ne? Stimmt. Das ist auch interessant irgendwie. Ja, es ist sehr gespannt, ob das echt irgendwie was hermacht. Sehr kriegsthematisch, ne, das Spiel. Und ich frage mich halt auch, wie die Sidequests designt werden. So wie in den anderen Teilen. Ja, aber in den zwei sind die ja auch sehr anders als im ersten Teil, oder? Ja, bei eins ist es halt so, dass es auch viele Fetch-Quests sind, aber die gehen von mehr wenigen Personen eigentlich aus. Aber, keine Ahnung. Also, beim zweiten sind die schon ein bisschen besser als im ersten Teil. Das ist halt so, oh, keine Ahnung, unsere Farm hat kein Wasser mehr, guck mal bald nach. Und dann gehst du halt um die Farm drumherum und dann findest du halt so einen kleinen Keller oder so mit einem Boss oder sowas. Sowas eher halt. Also, Sidequests, die echt so eigene Bosse hatten oder so, gab es im ersten Teil sehr, sehr, sehr wenig. Ja, leider, leider. Es gab echt, es gab einen so einen richtigen Overboss, hast du jemals die Questline mit den Noporn gemacht, von diesem Frontier Village? Nee. Das ist ein fucking Drogenkartell, ne? Echt? Ja, die sind echt so eine Drogenmafia. Die sind richtig Psycho, die Viecher. Die Noporns? Die haben ja diese komischen Puffballs da, diese Sporenbälle da, die die da produzieren. Was? Das ist quasi irgendwie so eine Droge und dann ist da echt so voll die Gangster-Geschichte hinter. Nachher kämpfst du gegen den Don Machico Over Drogenlord. Ist das ein Noporn, oder was? Ja, so ein Noporn, der reizt auf so einem Flugsaurier. Da hat dann auch so voll das Epic-Battle-Theme aus irgendeiner Story-Cutscene eigentlich irgendwo anders aus dem Spiel und so. Das ist so richtig krank. Ich glaube, machen die Quest. Oder in einem Sumpf gab es zum Beispiel auch voll die coolen Side-Quests. Da musst du irgendwie so eine Festung einnehmen von diesen Echsen-Menschen. Ja, das habe ich gemacht. Du musst irgendwie einen Schlüssel finden. Mit einer Geheimtüre, dass du oben drauf gehst auf diese Festung von diesen Echsen-Menschen. Ja, ja. Und dann findest du irgendwie einen Schlüssel für so ein Giant-Ding. Genau, da haben wir diese Giants wieder geliebt und eine kurze Riesenspinne. Ja, das habe ich gemacht. Also es gab schon so ein paar coole Side-Quests. Keiner von mir. Aber das meiste war halt echt einfach nur so, ich chill jetzt ein bisschen, kill irgendwie fünf Wölfe und dann kriege ich ein bisschen XP und Geld, so damit ich mir meine Art-Books kaufen kann. Wobei, da hatte ich dann noch das Problem, dass ich irgendwie so Flamingo-Zeug brauche oder sowas und das ist dann random irgendwo in irgendeiner Höhle gespawnt. Ey, Alter. Manchmal ist es gar nicht gespawnt. In Chronicles X ist es echt so, da würde ich irgendein so ein Collectible haben, ne? Also diese Sachen, die einfach auf dem Boden rumliegen. Und ich hatte das schon mal bekommen. So, boah, fuck, wo war das denn nochmal? Dann habe ich halt das gegoogelt und dann gab es das, stand da irgendwie drei verschiedene Locations auf der World Map, wo man das kriegen konnte. Und dann gab es das immer nur zu einem bestimmten Wetter, zu einer bestimmten Uhrzeit. So, what the fuck? Wie soll man auf sowas kommen von alleine? Das geht gar nicht. Ja, das ist in X öfters so. Oder dann hatte ich so ein Sidequest so, ich habe mir gar nicht groß den Text durchgelesen und dann als Objective stand dann da halt so, ja, kill irgendwie fünf Fubli-Dubblis. Also irgendwie irgendwelche kleinen Insektenviecher in der und der Gegend. Und du hast dann auch so einen Marker auf der Map, wo die sind. Ich da hingegangen, kill die, nichts passiert. Ich so, ja, okay, die haben nicht das richtige Item gedroppt. Kill die nochmal, nichts passiert. Genau, da musstest du eine bestimmte Waffe equipen und damit die Dinger killen. Und ich hatte diese Waffe noch nicht mal in meinem Inbetrug. Ich muss sie noch kaufen, naja, ja. Das heißt, du musstest dann quasi die richtige Class haben, die diese Waffenart equipen kann. Und musstest dann noch die Waffe besitzen. Und das alles nur für einen fucking Sidewalk. Ja, ja, dass es irgendwie 3000 Punkte gibt oder so. Ja, ja, das hatte ich auch mal. Das ist so frech. Aber von diesem Bullshit-Design sind sie ja weggegangen. Ja. Das wird auch im dritten Teil nicht sein. Aber ich freue mich wirklich auf die Welt, auf die Charaktere, auf die Story. Ich weiß, was ich erwartet. Ja, ich freue mich richtig darauf, auch irgendwie überrascht zu werden. Und vielleicht von irgendwelchen coolen Plot-Twists oder von irgendwelchen Systemen, von denen man vielleicht noch nichts weiß. Aber ich glaube, das meiste wurde halt wahrscheinlich schon gespoilt. Ja, aber schon allein dieses Verwandeln und so wird auch in die Story eingebaut und so, warum das überhaupt so ist. Und so, das finde ich auch irgendwie geil. Also es wird wieder so ein Purpose haben. So ein Eye-Opener am Ende. Das ist halt immer kryptisch. Und auch wie related. Wer weiß, was vielleicht von 1 oder 2 darin verwurstet wird. Wahrscheinlich nicht viel, aber man weiß nicht. Ich denke echt, dass irgendwie ein Ereignis passiert ist, das quasi die Welten von 1 und 2 wieder zusammengefügt hat. Kein gut sein. Das ist halt wirklich echt irgendwie so ein Mix-Up. Also es wirkt halt auf jeden Fall so, was man bisher so gesehen hat. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Ich freue mich. Erscheint am 27. Juli, glaube ich. Diesen Monat. Diesen Monat, ja. Ist nicht mehr so lange hin. Ende diesen Monats. Ja. Also wir haben jetzt den 15. Juli, wo wir das jetzt hier aufnehmen. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir zocken jetzt gerade eigentlich noch Monster Hunter Rise Sunbreak. Ja, da kommen ja auch noch Title Updates. Mit neuen Monstern. Massive DLC Expansion. Ich meine, wir haben die jetzt schon wahrscheinlich irgendwie 30-40 Stunden. Und ich bin noch nicht mal durch. Wobei natürlich auch viel Wegstreckung da ist, wo man einfach Master Rank grinden muss, bis man hoch genug ist und das nächste Story ist auch frech. Das ist auch wirklich frech in dem Spiel. Ey! Ja, Bloodborne Card ist schon eine feine Sache. Ja, wir haben gerade noch eine Runde Bloodborne Card bezogen. Jetzt sind wir ja fresh weiter zum Abdenken. Aber die AI ist trash, Alter. Die bleibt die ganze Zeit an den Environments hängen. Das ist schon kacke. Dann wiederum, ich bleibe auch mal an den Environments hängen. Also bist du eine AI? Blood Twist! Wer übrigens nicht an der Awarement hängen bleibt, sind die Monster Hunter Bosse. Das stimmt. Die können echt überall hin. Obwohl, wir haben ja, wir müssen sagen, wir haben vorher die Demo gespielt. Weil es gab, es gibt eine, oder es gibt immer noch eine Monster Hunter Rise Demo, die bescheuerter eigentlich nicht. Versachweite Demo. Genau. Aber die bescheuerterweise nicht so blöd angepriesen sein könnte, wie sie auch ist. Weil wir haben die ja nicht gefunden. Ach so, ja. Dann meinte ich auch so, hä? Doch, du hast die ja gefunden. Ja, das hab's dir ja dann später gesagt. Aber hattest du auch Probleme, die zu finden? Ja, weil ich hab halt gesehen, es gibt keine offizielle Demo. Dann hab ich die normale Monster Hunter Rise Demo runtergeladen. Und dann steht da drin, dass man da auch die Sunbreak. Genau. Also quasi, ihr müsst in den E-Shop gehen. Und dann ist da nicht Monster Hunter Rise Demo und Monster Hunter Rise Sunbreak Demo. Sondern dann steht da Monster Hunter Rise Demo. Ja. Also das sieht dann quasi wirklich so aus, als wäre es nur die Demo fürs Main Game. Ja. Und wenn ihr dann da draufklickt, gibt's dann ein Untermenü, wo ihr auswählen könnt, entweder die Demo fürs Base Game oder für die Expansion. Ja, das ist doof geregelt. Ich hab halt echt, ich hab voll lange gesucht nach dieser scheiß Demo. Und dann dachte ich so, ja okay, die ist da wohl noch nicht da. Und dann irgendwie am nächsten Tag, hm, okay, ist das malerweise immer noch nicht da. Obwohl Leute das schon die ganze Zeit spielen und da vor allem Videos machen und so. Ja, das ist irgendwie unglücklich. Ich denke mal, Nintendo will nicht, dass irgendwelche Spiele doppelt irgendwie auftauchen im E-Shop oder so. Weil es irgendwie einfach ein DLC ist. Ich hab keine Ahnung, was Nintendo sich dabei denkt. Und dann wiederum andere Games, da suchst du irgendwie, keine Ahnung, du suchst Final Fantasy und dann kriegst du neben den Spielen, kriegst du irgendwie so, zum Beispiel so Items, die du extra kaufen kannst. Oh, Waffenpaket, extra Kristallpaket, Bonuscharaktere für Crystal Chronicles und was weiß ich was. Ja, das ist schon, ich weiß auch nicht, was die das sollen. Aber wir haben halt Sunbreak Demo schon vorher gespielt, um das Spiel jetzt einzugucken. Und wir haben auch die Monster Hunter World Demo damals ja auch voll gesuchtet. Und wir wurden richtig zerfickt, Alter. Ja, wir müssen sagen, wer war nochmal? Astalos war dabei, ne? Astalos und Malzino. Ja, ich glaub, Great Izuchi, Astalos und Malzino. Genau, Astalos haben wir im First Trial gelegt. Ach, und hier Schnabelmann auch. Äh, der Kappa, der Kappa, ja. Wie ist der? Ubiura Todon, ne? Nee. Quark, 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 quark. Keine Ahnung, Mann. Quark, quark, quark. Er ist auch so ein sehr obskures Monster, das man selten macht. Irgendwas mit Tee oder sowas? Tetranodon. Tetranodon, ja. Ja, siehste, guck mal. Mein Gehirn funktioniert manchmal doch noch. Nee, aber wir haben halt die Demo gespielt, wir haben Astalos ge-First-Tri'd. Hatten irgendwie auch keine Probleme, ist aber cool gemacht in dem Game. Ja. Ein altes Monster, was wir dort haben. Der war auch immer geil. Ist ja auch eine Flagship. Ja. Aber Malzino, Alter. Man muss sagen, in der Demo habt ihr, glaub ich, nur... Haben wir 10 Minuten oder 20 Minuten Zeit gehabt? 15 Minuten, kann das sein? Ich glaub, 15 oder 20. Ja, auf jeden Fall, das Timelimit war schon richtig beschränkt. Du konntest alle Waffen auswählen, aber die Klassen, die ihr da hattet mit den Waffen, waren gefixt und die Waffen sind echt nicht geil. Nee. Die sind wirklich nicht geil, die Waffen, die ihr in der Demo habt. Und die Rüstungen auch nicht. Man wird nämlich teilweise gewoneshottet. Und wir haben es nicht geschafft, Malzino in dem Timelimit mit der Demo-Version zu killen. Wir haben echt... Einen guten Run. Zwei, drei Male haben wir richtig gut gekämpft. Ja. Haben den auch echt in so eine Höhle reingeprügelt, haben jedes rideable Monster auf der Map benutzt, zu Damagen und zu Knockdown und auch zu wichsen. Das hat nicht gereicht. Das ist echt hart. Und ich hab ihn auch gesolotet dann versucht. Er war noch nicht mal low health. Ich weiß. Weil die haben ja so ein Icon, das eingeblendet wird, so ein blaues, wenn die kurz vorm Sterben sind. Das hatte er nicht. Ja. Also wir haben es um das Verrecken nicht, haben es nicht geschafft, den zu legen. Leider. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns dennoch beide Day One das Spiel runtergeladen. Gibt es auch nur als Download-Code. Es gibt eine gebundelte Version, aber da ist das dann auch nur als Code dabei. Es gibt es leider nicht einzeln als Cartridge. Das wird halt auch irgendwie aussterben. Das wird bald alles digital sein, Leute. Aber ja, wir haben es uns runtergeladen. Ich muss aber auch sagen, ich persönlich hole mir auch schon irgendwie Games immer digital, weil ich einfach keinen Bock habe, die ganze Zeit Discs zu wechseln oder sowas. Ja, das kann ich verstehen. Aber bei Xenoblade Chronicles 3 würde ich dir empfehlen, es auf den ersten Teil zu kaufen. Magisch auch tatsächlich, glaube ich. Weil ich habe schon den ersten Teil auch mit Chip. Ja, und das Spiel raced auf jeden Fall im Wert. Komischerweise, Xenoblade-Spiele werden immer teurer. Der erste Teil nicht. Wahrscheinlich werden die nicht in so hoher Stückzahl produziert. Wobei ich schätze mal, dass der dritte Teil jetzt wahrscheinlich schon mehr produziert wird. Also der zweite Teil ist richtig happig zu kaufen. Der geht, wenn du bei Kleinanzeigen höchst, 50 Euro. Ich denke mal, dass sie beim zweiten vorsichtig waren, weil quasi X sich nicht viel verkauft hat, was aber der Wii U zu verschulden war. Und als sie jetzt gesehen haben, was für ein krasser Erfolg der zweite war, werden sie wahrscheinlich den dritten in höherer Stückzahl produzieren. Und man muss auch sagen, der Smash-DLC Pyra & Mysra als Charakter hat auch nochmal den zweiten Teil extrem angekurbelt. Dadurch ist auch der Preis nochmal erhöht gewesen. Weil viele Leute das Spiel dann spielen wollte wegen dem Charakter. Ist krank, ne? Wie Marketing heutzutage funktioniert. Sogar für alte Spiele. Wie Marketing mit Waifus funktioniert. Welche Waifu findest du besser? Ich finde Pyra ein bisschen hotter als Mysra, muss ich sagen. Obwohl ich eher Blond-Fan bin. Echt? Ja. Wegen deinen Eutern. Ich sag nichts dazu. Monsterhunter, wie du, findest du Mysra cooler? Du kennst die Personality nicht von den beiden. Das ist das Problem. Nur so ein bisschen. Ja. Halt von dem, was ich gesehen habe. Ich finde auf jeden Fall Mysra hotter. Weil sie sieht auf jeden Fall geiler aus. Und die ist halt so zu Data-mäßig, ne? Ja, die ist voll kaltreuzig. Ja, ja. Die ist richtig, richtig aggressiv. Das ist natürlich auch so ein bisschen hot. Ja, Pyra hat eigentlich keinen Charakter. Die ist einfach nur da. Ja, die ist halt so lieb und nett. Perfekte Frau. Ja, sie hat fette Tüten und sie kocht für dich. Ja, und kannst alles, was du brauchst. Du musst diesen Finger in den Zauber. Wenn die raucht, die hat immer Feuer dabei. Ich liebe Sex-Spiele mit Feuer. Okay, alles. Das ist so wie ein Gargoy-Virtisch. Also spielst du Feuerwaffen bei Monster Hunter? Das ist selten. Alter, dieses Ragnacadashi-Vie. Boah, ich mag Feuer nicht so gerne, ehrlich gesagt. Ich bin meistens eher so der Lightning- und Paralysis- und Drachenelement-Typ. Alles, was blitzmäßig aussieht. Ich bin der Fini-Tag-Cript. Ja, Chris sowieso, aber jeder ist Crit-Mensch. Hallo, hallo. Sag das nicht. Ja, also man muss sagen, durch die Erweiterung, neue Erneuerungen sind natürlich neue Bosse, neue Monster, neue Rüstungssets. Neue Difficulty. Ja. Das ist ja eigentlich so das Hauptding. Es gibt halt Master-Rank und es gibt einem halt nochmal einen Grund, alles nochmal zu killen. Weil quasi alles, was man hat, dann quasi eigentlich useless ist. Es ist dann quasi lediglich nur noch, um den Einstieg zu gewinnen in die Expansion. Also wenn du ein Endgame-Set hast vom Base-Game, dann kannst du so bis zur Hälfte der Expansion kannst du eigentlich noch gut durchkommen damit. Ja, sind wir auch. Sind wir auch. Und dann startest du aber schon irgendwie so mit einer Fresh-Slate irgendwie und musst dir halt schon Master-Rank-Stuff besorgen. Wobei man noch sagen muss, sie haben ein bisschen am Gameplay was geschraubt. Ihr habt jetzt so Scrolls, das heißt, ihr habt so Wire-Bug-Skills. Entschuldigung für das ganze Englisch. Aber ihr habt halt so verschiedene Aktionen, die werden mit euren Wire-Bugs, also ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt irgendwas mit Käfer halt. Also Schnur-Käfer. Keine Ahnung, wie sowas ist. Ich hab mein Spiel auch auf Englisch gestellt, weil ich cool bin. Nein. Auf jeden Fall haben sie neue Wire-Bug-Skills gemacht. Also es sind halt neue Special-Attacken so gesehen für eure Waffen. Und jede Waffe hat quasi zwei neue Moves einspendiert bekommen. Manche sind sinnvoll, manche sind weniger sinnvoll, sagen wir es. Mindestens, manche auch mehr. Aber manche haben auch so ganz neue Kombos bekommen oder so, die auch nicht mit Wire-Bugs funktionieren. Das wollte ich auch schon sagen, weil sie Insect-Glave zum Beispiel einen komplett neuen Move spendiert bekommen, den es halt vorher nicht gab. Ihr könnt jetzt mit der Kinsect-Glave, aber mit Powder-Kinseks, Entschuldigung jetzt für das ganze, wenn ihr jetzt kein Kinsect-Main seid, also kein Insect-Glave-Main seid, ist das vielleicht langweilig, aber ihr könnt halt mit eurer Waffe Sachen auf das Monster schießen, dann fliegt euer Insekt von eurer Waffe da drauf und dann erscheinen so Wolken. Und diese Wolken haben manchmal auch Elemente, die ihr auswählen könnt, je nachdem, was ihr für einen Käfer habt. Aber jetzt habt ihr einen Skill, ihr könnt zwei Tasten drücken und dann erscheint ein Wirbelsturm und der zieht diese Wolken zusammen und die lässt er explodieren. Und das ist halt für Kinsect-Glave-Mains, die mit Powder-Kinseks spielen, sehr useful. Und es ist eine richtig geile Erneuerung für die Insect-Glave. Ihr könnt jetzt Solo, ist die Viable. Weil sonst hattet ihr immer das Problem, wenn ihr, es ist eigentlich eher so Support, eigentlich ist Kinsect-Glave, also Insect-Glave eher so ein Support-Ding, aber jetzt kannst du auch gut alleine damit rocken. Ich glaube auch, wenn man alleine spielt, konnte man eigentlich immer leichter den Kopf des Monsters treffen, oder? Ja, die zappeln nicht so doll rum, aber es ist trotzdem geiler, wenn irgendwie das Monster Distracted ist und du kommst irgendwie angeflogen und kannst dann eine ganze Kombo draufziehen. Weil sonst ist die Argo immer auf dir und dann wirst du aus der Luft geschmissen. Ich muss auch sagen, manche Waffen haben halt auch wirklich neue Attacken bekommen oder Skills, die wirklich das Gameplay verbessern oder halt wirklich, also entweder den Play-Style halt modifizieren oder auch wirklich Survivability hinzufügen oder halt irgendwie die Waffe wirklich verbessern. Ja, das Encounter habt oder so. Oder den Bait. Besonders zum Beispiel bei der Switch-Axe. Switch-Axe hatte immer das Problem, dass man halt nicht sehr mobil war und dadurch leicht sterben konnte. Und du hast jetzt zum Beispiel einfach als ein Wire-Bug-Skill hast du einen Ausweich-Move bekommen. Hat das Great-Sort auch, ne? Da kannst du einfach so in einem Halbkreis um den Gegner rumwollten. Das ist geil. Du hängst dich an so einem Bug dran und machst du und bist dann neben dem Gegner. Das ist ziemlich praktisch. Ja, krasse Mobility, ne? Und du hast halt so für, so als Last-Resort-mäßig, aber eigentlich auch nicht, hast du so einen Counter bekommen. Da gehst du in so eine Stance rein und aus dieser Stance raus machst du so einen fetten Schwinger und wenn du den quasi in eine Attacke von einem Gegner reinmachst, parriest du die, machst dem unglaublichen Schaden damit, weil du dann daraus noch so zwei Slashes machst und danach ist deine Element-Gage direkt maxed out. Das heißt, danach machen alle in der Attacke nochmal zwei Hits und du kannst richtig krass Damage machen. Das heißt, wenn du also ein gutes Timing hast und das Monster genau antizipieren kannst, was es macht, machst du halt das und bist danach direkt fully charged, kannst übelst den Damage machen. Zählt das als Aerial-Damage? Also macht das Mountain hoch? Das ist blau oder zwei? Nur der Konter selbst. Okay. Also du kriegst dann nicht irgendwie einen Buff, dass du die ganze Zeit diesen Damage machst, aber ja, das ist halt... Also du kannst es abusen, auch dass du es riden kannst, das Monster. Ja. Also er zählt als Aerial. Ja, was heißt das Aerial? Als Wirebug-Attack halt. Ja, aus der Luft. Ja, die... Alle Wirebug-Attacks. Ja, ja. Ja, ja, genau. Und ja, wie gesagt, also du hast einen Skill bekommen, der gibt dir Mobility und halt Survivability, weil du besser Sachen dodgen kannst und du hast einen Parry, damit kannst du halt, wenn du nicht mehr dodgen kannst, kannst du damit eine Attacke blocken und machst dann auch noch mehr Damage. Und halt instant durch eine Attacke quasi dich komplett zu chargen, ist ein Game-Change-Up für Switch Hacks. Ja, das ist ein guter Buff. Weil je nachdem, was für eine File, du hast also Element-File, geht es sowieso recht schnell, da machst du eine Combo, dann bist du fully charged, aber Power-File braucht zum Beispiel ganz lang, um zu chargen. Ja, bis du so Blitze drum hast, ne? 20 Attacken oder so. Ja, und damit bist du halt instant charged. Oder Greatsword hat zum Beispiel eine ganz neue Combo bekommen, weil Greatsword hat halt der Nachteil, dass es extrem langsam ist. Du machst ja halt so charged slash slash äh, puf, dann machst du strong charged slash äh, puf, und dann machst du dings, wie heißt er, true charged slash äh, puf, puf. Und du musst mit beiden Hits treffen, um den richtigen Schaden zu machen. Ja, so ein Salto an der Waff evaluated. So, und jetzt gibt es eine Kombo, da kannst du halt echt so Dusch, Dusch, Dusch machen, so eine Dreier-Kombo, und danach kommt dann True Charge Slash da drin. Oder je nachdem, welchen Slash du equipt hast, weil du kannst True Charge Slash oder Rage Slash equipten zum Beispiel. Aber das ist halt eine schnellere Kombo und das verändert wirklich den Playstyle, also kannst du halt Greatsword ziemlich aggressive spielen, wie so ein Longsword oder so. Weil es schneller ist, ne? Aber du hast keine Superarmor in dem Move, ne? Du kannst da rausgehauen werden. Ja, kannst du. Das ist risky, ne? Aber kannst du eigentlich bei fast allen Attacken, außer Rage Slash, was halt der Ersatz ist für True Charge Slash, nur der macht halt weniger Damage. Aber die Vorteile sind, du kannst da nicht rausgestackert werden, und wenn du getroffen wirst, während du den machst, kriegst du einen Attack-Buff. Oh, was? Plus, du kannst, der ist omnidirectional, das heißt, du kannst den auch hinter dich machen oder zur Seite und True Charge Slash ist halt immer geradeaus und hat halt übelst den Wind-Up, ne? Ja. Da misst du halt so oft irgendwie den letzten Hitfall, dass man es im letzten Moment wegrennt oder so. Ja, du whiffst oder so. Nur das Problem ist leider, sie haben einen total imbalanced Move-Grade-Sword gegeben, der halt alle anderen Moves sinnlos macht, und das ist halt auch, äh, das heißt Strongarm-Stance? Strongarm? Ja. Strongarm-Stance. Ja. Da gehst du halt auch in so eine Parry-Stance rein, und parryst halt eine gegnerische Attacke, allerdings nur eine, das heißt, wenn der Gegner zwei Attacken nacheinander macht, trifft die zwei dich und alles ist wieder versaut. Kostet zwei Wirebugs, du parryst, und kannst daraus dann in eine Charge reingehen. Oder du kannst auch eine Charge machen, also du kannst, äh, aufladen. Kannst dein, dein Strong-Charge-Slash oder so aufladen, ja. Und siehst dann, das Monster greift jetzt an, dann drückst du quasi schnell ZL, gehst in den Parry rein, parryst die Attacke, gehst daraus dann wieder in eine Charge, und hast dann den Fully-Charged-Slash, und der macht, äh, irgendwie 25% mehr Schaden oder so. Und du machst halt damit teilweise insane Damage-Numbers. Also ich hab persönlich so 2500 Damage schon mal gemacht mit einem Hit. Oh, krass. Ja, also schon öfters auch. Kann ich schon träumen. Aber es gibt auch Leute, die machen damit irgendwie 7000, oder 10, wenn das Monster schläft, 10.000 Damage mit einer Attacke. Vielleicht wird das auch noch genervt. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob noch ein Update dann rauskommt. Äh, jedenfalls. Und das Problem ist halt, damit du da den maximalen Damage rausholst, musst du quasi das Equipment plus True-Charged-Slash. Weil Rage-Slash macht halt viel weniger Damage. Ja. Und halt, damit das so funktioniert, musst du halt auch die normale Charge-Slash-Kombo benutzen. Das heißt, du kannst diese schnelle Kombo, die dein Playstyle eigentlich anders macht, und die Waffe vielleicht attraktiver macht für andere Leute, kannst du dann auch nicht benutzen, wenn du den optimalen Damage machst. Weil das andere stärker ist. Aber dazu muss man sagen, man muss auch nicht unbedingt den optimalen Build und optimalen Damage machen. Man kommt auch gut durch, wenn man einfach seinen Playstyle so anpasst, wie er einem halt am meisten Spaß macht. Ja, so sollte es auch sein. Also, man ist ja jetzt nicht irgendwie ein Speedrunner oder so und will dann einfach das ekelhafteste Spiel, was geht und so schnell wie möglich. Ich habe auch noch ein bisschen gelogen. Auch die Insect-Lave hat noch neue Aerials bekommen. Also neue Attacken, die du ausrüsten kannst. Ja. Nicht nur die Wirebug-Skills sind anders. Also, der eine Wirebug-Skill ist einfach, glaube ich, dass du dich nach vorne ziehst an das Monster. Und der andere ist quasi, dass du dein komplettes Skin-Skiss auf das Monster drauf schießt und das entlädt sich dann halt komplett. Ist nicht so geil, der Move, muss ich sagen. Und die anderen Aerials sind halt so Stiche in der Luft. Und damit kannst du dann quasi auch direkt Extrakt an der Körperstelle bekommst du dann, wenn du diesen Stich machst. Und die andere Special Attack damals war, dass dieser Dragoon-Wyvern, dass du von oben nach unten so einen Stich hast von der Insect-Lave. Und das ist jetzt so gemacht, dass du so einen schrägen Stich hast. Aber es macht nicht so großen Unterschied und ich mag die alten Aerials lieber. Aber es ist halt dann auch so ein Gap-Closer. Das ist dann auch praktisch. Ja, du bist dann halt weiter weg vom Monster und du bist dann halt nicht so im Boden und dann irgendwie hast du nicht so viel Recovery-Zeit. Und das Gute ist halt auch, manchmal hat man halt auch so einen Move, der ist in einer bestimmten Situation praktisch, aber man will den eigentlich nicht in seinem Main-Set haben. Und dann kannst du halt einfach das Set swappen. Du kannst ja, wie gesagt, zwischen diesen zwei Scrolls, rot und blau, hin und her switchen und kannst dir so mehrere Load-Outs an Skills machen. Ja, das ist cool. Das ist zum Beispiel geil bei Greatsword. Wie gesagt, da hast du halt diesen optimalen Hunting-Build, um möglichst viel Damage zu machen. Und da ist halt kein Platz für zum Beispiel Hunting Edge. Das ist so ein Jump-Overhead-Slash auf das Monster drauf und dann prelst du nochmal vom Monster ab und kannst dann noch so einen Downward-Thrust machen oder so einen Downward-Slash. Ja. Je nachdem, was du drückst. Und der macht halt crappy Damage und das ist halt einfach Trash eigentlich. Wofür er aber gut ist, ist, um andere Monster, die nicht dein Objectives sind, halt zu mounten. Also Monster Riding halt. Und dann swappst du eben da drauf, springst damit auf das Viech drauf, das machst du zweimal und dann kannst du es reiten. Das ist cool. Und dann swappst du halt wieder zurück. Und das ist halt geil, dass sowas geht jetzt in dem Spiel. Ja. Und vor allen Dingen auch, ja, die Location ist halt jetzt neu in Sunbreak. Du hast halt so eine schon mittelalterlich angehauchte neues Hub-Area. So ein Ritter-mäßig, so europäisch. Ja, irgendwie schon so Ritter-mäßig und europäisch und so ein bisschen, ja, ja. Ja, also quasi im Base Rise war man ja in so einem sehr japanischen Set, also östlichen Setting. Auf jeden Fall. Und jetzt ist man halt in einem westlichen Setting. Ja, und es sind zwei neue Maps dazu gekommen. Eine ältere Map, das ist halt diese Dschungel-Map, diese Island. Wobei die natürlich auch krass geremakt ist. Die ist cool gemacht. Die ist halt schon anders als auf dem Spiel. Ja, weil früher konnte man ja nicht auf diesen Tempel gehen. Wenn du in diesen Tempel gehst, kannst du ja runterspringen und dann bist du unten in dieser Höhle und kannst wieder hochlaufen. Das heißt, du hast jetzt quasi noch ein Höhensystem drunter und oben auf die Berge kann man natürlich auch drauf gehen. Ja. Generell, die Bewegungsfreiheit im Spiel ist halt geil. Weil ihr könnt euch überall hochziehen mit eurem Wirebug. Ihr könnt es shortcutten. Und auch die Monster aufzuspüren, geht so super schnell in einem Spiel. Quality of Life, da habt ihr auch die Palabuts. Ja, man muss sie ja nicht mal aufspüren, weil man sieht ja direkt, wo sie auf der Map sind. Obwohl, wenn man das erste Mal auf der Map ist, sind ja Wolken da, ne? Ach so, ja stimmt. Das Literal habe ich schon vergessen. wenn man die noch nie gesehen hat, sind ja auch Fragezeichen. Genau, sind Fragezeichen. Aber du weißt die Position halt. Aber wie gesagt, Monster dazu finden, ist echt nicht das Problem. Das war früher halt ein bisschen trickier in alten Spielen. Und die andere neue Map ist halt wirklich diese Castle, die Citadel. Ja. Citadel heißt die, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, Entschuldigung, wenn wir jetzt nicht mit den Namen so akkurat sind, aber Monster hat das auch eher so, dass man die Story größtenteils, also ich skipp die meistens, ich lese mir nicht alles durch. Die ist auch ein bisschen hanebüchen, da können wir auch gleich ein bisschen noch darauf eingehen, detailmäßig. Meistens ist sowieso der Plot immer das gleiche. Oh, ein böses Monster ist da. Es wird ein böses Monster introduced. Hallo. Dann wird das so dargestellt, als wäre das so der Oberbüse, wie ich Endgegner quasi. Dann war es das gar nicht. Und dann killst du das Ding irgendwann und alle sind am Feiern und dann plötzlich kommt ein Erdbeben oder so und die Leute merken so, oh fuck, das Problem ist immer noch da. Ja. Und dann steckst du noch ein größeres, böseres Monster dahinter. Und das war dann der krasse Plottwurst. Ja. Und das ist auch dieses Mal größtenteils so eigentlich. Ja, wobei wir echt gedacht haben, so ey, was machen die dann aus der westlichen Mythologie oder so? Und da gibt's dann irgendwie so ein Fledermaus-Monster oder gibt's irgendwie so eine Medusa oder so. Also irgendwie so, keine Ahnung. neue Monster. Und das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt am Spiel. Ja, das muss ich auch sagen. Es gibt... Wir wurden auch mit den Trailern eigentlich gespoilt. Ja. Wir haben alles gesehen in den Trailern. Und es gibt halt diese drei Lords da. Also Lunagaron ist so ein Wolf. Und halt, ja, wie gesagt, also die Monster im Erdbeben, also vor der Expansion in diesem japanischen Setting waren halt so an japanische Folklore irgendwie angelegt. Angelehnt. Da hattet ihr dann zum Beispiel wie so ein Vogel mit diesen Fächerflügeln und Dings, der ist halt wie diese, wie heißen die überhaupt, diese Schirmdämonen da, die rumhüpfen quasi. Mit dem Einauge, ne? Und dann ist halt auch so rum. Ja. Oder dann hat man Magna Malo, ist halt wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Oni oder so. Obwohl, nee, dieses Eisviech ist ein Oni quasi, ne? Ja, ja. Und dann habt ihr noch einen Kappa halt, ne? Dieses... Genau. Ja, und jetzt hat man halt westliche Mythologie und da hat man quasi, Unagaron ist halt ein Wehrwolf quasi, weil der rennt halt auf allen Vieren rum und wenn er enraged ist, dann stellt er sich auf die Hinterbeine plötzlich und kämpft wie ein Mensch und slasht halt mit seinen Armen zu. Der ist auch cool, muss ich sagen. Ist ein cooler Fight. Kommt auch relativ früh drin vor. Und das Flagship ist halt ein Vapir, ne? Masino? Ja. Ja. Masino ist aber ein richtig cooles Monster, muss ich sagen. Also der passt, der reiht sich in die Kanon ein. Weil ich echt sagen muss, ich hab nicht viel gegen den gekämpft. Ich hab auch nicht viel gegen den gekämpft. Der ist auch nicht so schwierig wie in der Demo. Der macht quasi seine Spechtler-Technik. nur einmal mit dir gemacht als Urgent und danach vielleicht noch einmal um irgendeinen Part von denen zu kriegen und das war's dann. Ich hab den heute noch mal gemacht, aber der ist, ich weiß nicht, vielleicht ist er alleine wirklich fiese, aber ich hab wirklich mit mehreren Leuten fast gar kein Problem gehabt. Denn in der Demo war der knüppelhart. Da war der wirklich knüppelhart, weil du untergiert bist. Ja. Aber er hat geile Attacken. Er hat wirklich einen riesengroßen Pool an Attacken. Er kann mit seinem Schwanz nach hinten stechen. Er kann mehrere Bodenwellen auf dem Boden vor sich machen, so rote Energie. Er kann mehrere kleine Klingen auf dem Boden machen, die aus roter Blutenergie. Er kann eine Energiekugel schließen, die explodiert. Er kann eine Energiekugel auf den Boden schießen und dann mit dem Schwanz draufhauen, dass ein Line-AOI draus wird. Er kann eine Kugel auf den Boden spucken und mit dem Schwanz wegstoßen, und dass sie in dich reinfliehen. Er kann so zwei Druckwellen auf dem Boden machen, die er nacheinander macht, die voll schnell sind. Er kann dich greifen und irgendwie aussaugen, quasi, um sich zu buffen. Er kann sich in die Kugel teleportieren und ein EOI machen. Er kann sowieso teleportieren. Dann diese Schwanzstiche auf dem Boden. Also der hat bestimmt 20 Moves oder so, dieser Gegner. Sowas von geil gemacht auch. Sieht auch cool aus. Ja. Also ich muss sagen, das ist jetzt nicht mein Lieblingsmonster, aber er ist richtig cool. Ich hoffe mal, dass nachher Difficulty-Versionen von ihm rauskommen. Da wird das bestimmt. Ja, klar. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Ich glaube, alle Monster kriegen irgendwie noch so eine Endgame-Super-Krass-Difficulty-Version. Ja. Und dann haben wir noch diesen Affen vergessen. Der Frankenstein-Affe. Ja, Garm-Gol. Der ist cool gemacht und so. Der kann sich so selbst mit der Faust, hat irgendwie so Energie, die er irgendwie schießen kann. Und der schießt sich selber mit seiner eigenen Feuerenergie irgendwie rum und landet auf einen. ist ein bisschen Shit of the Colossus-mäßig so vom Design her. Ein bisschen. Bisschen, ja. Ja, und ist auch, es ist gar nicht so riesig, aber erst mal wenn man geht in den Kampf, denkt man so, ja, ist ein cooles Monster. Hat auch sehr viele Leben und so, aber ist mir auch nicht. Ist nicht sehr schwierig. Ja, der ist mir nicht gefährlich geworden. Ganz ehrlich, ist wie so eine Mischung aus Rajan und, was kann man? Er hat auch all seine Attacken ziemlich offensichtlich. Weil er ziemlich lahm ist. Lunagaron oder so, die haben schon teilweise so, dass sie Sachen enttäuschen und dann ganz plötzlich losdashen oder so. Elton Ring-mäßig. Ja, nicht ganz so krass. Habe ich noch Monster vergessen, Neues? Also Astalos ist noch drin. Ja, der Final Boss. Ja, der Final Boss, ja. Ach so, ja, wenn du so Sachen wie Astalos, die schon in einem anderen Stil vorkommst, dann gab es natürlich die Krabben. Gorma Gala. Ist auch geil, dass es die natürlich jetzt gibt. Ja, Hermitor und Zendzentor. Keine Ahnung. Die machen schon irgendwie einiges her, auch wenn es halt so Low-Tier-Monster sind. Ich liebe aber diese Monster, also ich liebe diese ekelhaften Monster, diese Krebs und so. Die mag ich halt. Ja, die machen Spaß. Die sind auch einfach witzig irgendwie. Die sind auch voll hart. Weil die ganz anders sind. Ja, die bewegen sich auch anders, dass die so seitlich sich einbüllen. Und generell die Fights. Und der erste, das erste Mal, wo wir gegen ihn gekämpft haben, waren die auch schon happiger, ne? Jetzt nicht mehr, aber da... Daimyo war ziemlich easy. Warte mal, Daimyo, ja, Daimyo Hermitor, aber Shogun ist krass, Shogun ist krass, ne? Der kann auch so Bleeding machen, ne? Der hat übelst die Range, erbuddelt sich mehrmals. Dann denkst du so, ah, okay, ich bin jetzt hier sicher, ich kann mich heilen. Dann macht er halt einen Schritt nach vorne und slasht und kriegt dich halt noch. Ja, der hat auch eine übelste Reichweite. Der kann seine Klauen so ganz nach außen halten und dann klammt der so zu. Ja, dann kriegt er so perfide. Alter, ich kriege übelst Schiss, wenn der so auf mich zukommt und den Klauen so auseinander. Dann kann er noch Wasser spucken, sich einbuddeln. Das ist ein gutes Monster. Was halt auch cool ist, die haben ja quasi ein Haus auf dem Rücken. Ja. Also halt wie so Einsiedlerkrebse. Und halt je nachdem, was das ist, hat das halt verschiedene. Ja, genau. Also Dings hat so ein, ich glaube, Monoblaskopf. Stimmt. Dann kann er einfach in dich reinrammen. Und dann aber, wenn du den kaputt machst, dann kann er auch zum Beispiel hier, wie heißt der, Bessarioskopf haben. Stimmt. Mit dem kann er dann halt Wasser spucken. Das ist so krank, ne? Das ist ein geiles Monster, das kreativ. Vor allem, wie alt das auch ist, ne? Ja, ja. Zweite Gen, ne? Ja. Das ist echt eins der Ur-Monster, so gesehen. Dann haben sie ja noch Espinas reingebracht. Ja. Ja, komische Choice. Ich muss echt sagen, ich habe irgendwie Bock nochmal gegen den zu kämpfen. Wobei ich den jetzt nicht so spaßig fand. Ja, ich finde das Konzept von dem jetzt auch nicht so unique. Der ist halt extrem. Der ist wie eine Rathian, die grounded ist. Ja, Rathian ist ja schon sehr grounded. Ja, ja, mittlerweile. Er ist quasi einfach nur wie eine Rathian, die noch gepanzerter ist, noch mehr Gift hat und gleichzeitig paralysieren, anstecken und vergiften und gleichzeitig kann und dann noch auf dich draufjumpst, wenn du paralysierst. Ohne Scheiß, wenn der einen paralysiert, der ist so bescriptet, dass der immer direkt zu dir rührt und auf dich draufjumpft. Das ist ein richtiger Bastard, der Gegner. Aber wie gesagt, ja, haut mich nicht vom Hocker, das Monster. Das ist auch ein älteres. Das ist auch so. Das ist ja von Frontier. Ja, Frontier. Das ist auch. Also, ich glaube, alle Monster aus diesem Spiel sind sehr weird. Aber vergessen wir nicht noch irgendwas? Es gibt echt nur den Werwolf, den Vampirdrachen und den Affen und den Feindboss. Ja, ich glaube nur die. Das ist wenig, ne? Dann gibt es halt jetzt noch Furious Rajang. Ja gut, aber das ist für mich kein neues Monster. Das ist halt ein neues Moveset, aber trotzdem. Dann gibt es diesen Firebushatern. Ah, wir haben noch Basarius vergessen, ne? Basarius gab es schon. Ja, den haben wir aber vergessen aufzulisten. Den gab es doch nicht im Basegame. Doch. Was? Wirklich? Nein, Basarius gab es nicht im Basegame. Nein? Auf keinsten, nein. Ich meine schon. Das ist auch dieser Wyvern, ne? So ein brauner. Ja, dieser richtig fette Wyvern. Der ist voll Agroal und so. Ich meine nicht Basarius. Wie heißt das Vieh? Basarius ist ja das auf dem Boden, ne? Ach, Seregios. Seregios. Ja. Klingt sehr ähnlich, muss ich sagen. Ja, Seregios gibt es gar nicht. Dann gibt es auch wieder Wyvern. Dann gibt es diese Explosionsspinne. Ach ja, stimmt. Es gibt diese Unterklassen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, aber das ist halt auch wieder so. Genau, dann gibt es von diesem Sirenen-Ding gibt es eine Eis-Version. Stimmt, dann müsste einschläfern, man. Small, 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 small. Keine Ahnung, wie es heißt. So much, so much, so much. Und dann gibt es eine Lava-Version von Almudron. Stimmt. Ja gut, wenn man die alle zählt, gibt es natürlich schon viele. Ja, aber es sind aber keine krass neuen. Es sind einfach nur neue Moves-Sätze und die haben halt Feuer. Ja, genau. Also, ich will nicht undankbar erscheinen. Ich weiß auch, dass da viel Arbeit steckt. Die haben dann meistens nur einen neuen Move oder so und haben halt ein anderes Element. Das ist jetzt nicht so eine krasse Veränderung vom Gameplay wirklich. Aber das ist uns auch aufgefallen, als wir es gespielt haben, dass sehr viel reused ist aus dem alten Spiel. Also, das dauert ein bisschen länger, bis halt immer was Neues. Ja, und das war für mich echt so das Problem, besonders am Anfang, weil man am Anfang sehr viele Monster refighten muss, die man schon kennt, bevor irgendwie die Action losgeht. Ja, ja, ja. Und ich finde, wenn man so eine Expansion macht, muss man eigentlich direkt am Anfang richtig reinkriegen, mit irgendwas coolem Neuen. Ja, der Hermiteur war ja das erste Neue quasi sozusagen, was eigentlich alt ist, ne? Ja. Aber jetzt irgendwie so an meinen, so Elder Dragons oder Endgame Challenges so wirklich gibt es nichts, wobei es natürlich ein ganz neues Endgame-System gibt. Ja, da können wir auch jetzt direkt drüber reden. Ja, können wir. Also, es gibt halt diese Anomalien quasi, dass der Final Boss hat ja auch diese komischen Fledermaus-artigen Vögel an sich dran. Ja, die auch um Malsino die ganze Zeit rumfliegen. Genau, und die extrahieren irgendwie das Leben von Monstern und machen die auch irgendwie extrem aggressiv. Und später habt ihr halt so, dass fast jedes Monster, was ihr schon kennt, auch so eine Version hat, dass sie halt dieses davon befallen wurde. Und die Kämpfe sind ein bisschen trickier, ne? Die haben dann halt wirklich so eine rote Aura um sich rum. Die seht ihr auch im Level. Ihr seht auch, dass das Monster irgendwo ist und könnt auch die Spuren verfolgen, weil in der Luft diese roten Partikel rumfliegen. Ähnlich so wie Phasen damals bei Metroid Prime. Nur halt in blau und rot, ja. Und ja, ein kurzes Main Feature erklärt. Ja, die haben halt, also diese Monster, wie gesagt, sind halt Re-Fights von älteren Monstern, aber die sind halt extrem viel stärker, haben riesigen Health Pool, machen extrem viel mehr Damage. Und das Gimmick ist eigentlich, die haben halt Schwachpunkte am Körper. Das sind so leuchtende rote Stellen. Man muss speziell diese Schwachpunkte angreifen. Gab's übrigens auch schon so sehr ähnlich im vierten Teil mit Goa Magala, da gab's quasi halt so Virus-Versionen, also es war eigentlich das Gleiche, nur statt Rot war's in Lila und die hatten halt auch diese Schwachpunkte. Genau. Ja, und diese Schwachpunkte muss man halt zerstören und genauso wie es halt damals das Virus gab, als abnormalen Status, gibt es halt jetzt auch diese Egel, also Bloodblight heißt das. Wenn man den hat, dann verliert man die ganze Zeit Health, aber wenn man angreift und das Monster trifft, dann kriegt man Health zurück. Das heißt, es ist quasi wie so ein Health-Tow-Ziehen, das man mit dem Monster macht. Ja. Und ja, man muss dann halt diese Körperteile zerstören und es läuft halt quasi ein Timer ab, also nicht, dass man jetzt diesen Timer sieht oder so, aber man muss in einer bestimmten Zeit, muss man das schaffen. Ja. Und wenn man es nicht schafft, explodiert einfach das Monster und man kriegt enorm viel Schaden und also das Monster explodiert nicht und ist dann tot, sondern es kommt einfach eine Explosion aus dem Monster raus. Die sind weggeschleudert, wenn ihr nah dran seid und kriegt viel Schaden. Wenn man dagegen aber es schafft und alle dieser Schwachstellen zerstört, dann wird das Monster quasi kurz aus diesem Frenzy-Mode quasi rausgenockt und liegt dann erstmal auf dem Boden. Ihr könnt schön drauf einhauen und danach ist es auch erstmal, ja, schon so für eine halbe Minute oder so richtig aus dem Pusten. Man kann richtig draufhauen. Ist nicht mehr so aggressiv. Und jedes Mal, wenn man einen dieser Schwachpunkte zerstört, macht man auch irgendwie so 600 bis 1400 oder so Schaden. Das heißt, so wird man halt mit diesem riesigen Health-Pool der Monster fertig. Ja. Weil wenn man halt nicht konstant diese Dinger kaputt macht, kann so ein Kampf schon sehr lang dauern. Ja, so an die 20 Minuten locker. Und ja, man braucht halt die Materialien von denen, um die letzte Stufe der Waffen abzubreden. Ja. Was ein bisschen unglücklich ist, ne? Also, klar, es ist cool, dass man irgendwie Waffen kriegt, aber wofür brauchst du diese Waffen dann noch, ne? Wenn du jetzt echt so, sagen wir einfach mal so, oh, du brauchst von, du brauchst von Käse, brauchst du einfach nur das beste Material, oh, ich krieg jetzt auf dem, dem Rang zwei schon Käse, hast du deine Waffe gemaxed. Musst du eigentlich nicht mehr die anderen Ringe spielen, so gesehen, ne? Also, es ist unglücklich. Man hätte echt irgendwie machen können, dass es vielleicht noch, was weiß ich, exklusive Armor-Sets gibt, für die man noch die Materialien braucht. Weißt du, was sie machen hätten können? Sie hätten einfach das von World reusen sollen, dass quasi diese Monster, dass du dir eine Waffe schmieden kannst von diesem Monster-Tier und dann kannst du da so Sockel reintun, dass die Waffe noch mal bestimmt geskillt wird. Dass du dir einfach eine Affinitätswaffe machen kannst oder eine Lähmungswaffe oder eine Giftwaffe oder alles drei sogar. Oder eine Waffe, die dich heilt, wenn du angreifst. Ja, das wäre geil, weil dann müsstest du noch diese Decorations dafür farmen. Dann hättest du doppelt Farming-Spaß. Ja. Dann könntest du machen, dass die irgendwie immer so einen oder zwei Kugeln geben, womit man dann halt am Schluss so eine Dekoration schmieden kann. Wäre ein geileres Endgame. Ja, stattdessen sind es einfach simple Upgrades, ne? Ja, die Fights sind cool, aber die Upgrades sind einfach nicht so lohnenswert, finde ich. Das ist halt ein bisschen traurig. Ja, man kriegt natürlich auch noch andere wertvolle Masse. Ja, man kriegt zum Beispiel Layered Armor. Melding-Items kriegt man da viel von. Diese Melding-Canny und Puddings. Ja, und Gutscheine für Layered Armor. Ja. Ja, aber wie gesagt, wir spielen das jetzt gerade, sind im Endgame. Also halt dieses Endgame beschäftigt einen halt schon, aber jetzt nicht so lange. Ja, das ist sehr vernervig. Kein Grund, wenn man jedes dieser Monster einmal macht, finde ich, reicht es. Hat immer gut Materialien. Aber das reicht nicht, um den Hunter-Rank auf 100 zu haben oder auf 200. Ich weiß gar nicht, wie hoch das noch geht. Aber ich glaube, diese Dinger zu grinden für Hunter-Rank macht auch, glaube ich, keinen Sinn. Ja, es sind Dreierquests sind besser. Dafür, dass die so lang dauern. Ja, Dreierquests sind besser, wo du drei Monster handeln musst. Das gibt viel mehr. Ja, aber das ist halt so ein bisschen unglücklich. Und ich habe mich so krass auf Sunbreak gefreut. Ich bin auch nicht enttäuscht, aber auch die Story, dass diese eine Tuse dann irgendwie gebissen wurde oder verletzt wurde von Malsino. Und dann muss man halt irgendwie die Medizin erfinden, damit sie halt irgendwie geheilt wird. Und am Schluss stellt sich das dann ab. Also die Story habe ich jetzt gespoilt. Aber die Story ist wirklich nicht Dreh- und Angel-Rank. Die Story ist halt auch hier wieder, ihr habt halt Malsino und ihr habt halt diese Curios, also diese kleinen Parasiten da, die das alles auslösen. Und es sieht halt quasi die ganze Zeit so aus, als würde er die kontrollieren. Aber in Wirklichkeit haben die eine ganz andere Quelle. Und das ist halt ein noch größerer Elder Dragon, der dann halt letztendlich der Final-Boss ist. Was sagst du zum Final-Boss? Wie gefällt der dir? Ist ganz okay. Ja, ne? Also ich finde persönlich, diese Final-Bosse, das sind halt immer Spectacle-Fights, ne? Sorry, übrigens. Was war es überhaupt? Ist egal. Der Lichtschaufe. Ist nicht schlimm. Die Final-Bosse sind halt immer Spectacle-Fights. Die sind jetzt mechanisch, finde ich, nie so gut wie die normalen Monster. Ja, ne. Sondern das sind halt meistens riesige, extrem tanky Dinger mit mehreren Schwachpunkten. Ja, mit Geschütztürmen zwischendurch. Genau, man benutzt irgendwelche Beschützstellungen oder Dragonnators oder so, bis das Ding irgendwann tot ist. Ja, die Formel ist ein bisschen erschöpft, ne? Also irgendwie ist wirklich diese Final-Bosse sind nicht schlecht in Monster to Rise und auch Sunbreak. Aber, ja, wie Greedo es sagt, das sind große Bullet-Sponges. Wir haben den auch ge-first-triped, ne? Das erste Mal. Ja. Also wir hatten jetzt auch nicht großartig Problem, aber Noobs, also was heißt Noobs, aber Randoms kacken schon oft bei dem ab. Ja, Gott. Da kann eine so eine Supernova-Attacke wo irgendwie die Röntter kommt. Ja, haben wir auch am Anfang gar nicht geblüht. Ja, wir haben es überlebt. Aber diese Attacke sind auch ein bisschen lazy, ne? Das machen ja auch hier Nava und so, dass die auf einmal irgendwie in der Mitte sich sammeln und auf einmal kommen Stacheln überall her und Explosionen. Ja, aber es ist halt auch einfach so Spectacle, ne? Ja, was ist lazy? Du brauchst halt eine riesige, fette Supernova weil irgendwie damals voll krass aussieht und du denkst so Oh mein Gott, jetzt sterbe ich. Okay, aber das ist mir auch lieber, anstatt irgendwie ein großes Monster mit Kanonen die ganze Zeit zu beschießen oder so. Also das fand ich früher auch mal richtig nervig bei uns da, diese Elder Dragons. Wobei, ich fand Jamoran schon irgendwie geil. Jamoran hatte noch was, ja, zu meinen auf jeden Fall. Aber ja, irgendwie hier so wie heißt der Shang-Lauren oder Lao-Shan-Lung oder so, die waren so fucking langweilig. Ja, das war Lao-Shan-Lung ist wirklich das schlechteste Monster. Der geht einfach die ganzen Sachen aus der Macht nicht. Der läuft einfach nur und der killt dich einfach durch seine Anwesenheit. Den haben wir glaube ich nie geschafft auf der PSP, ne? Hey, der hatte so viel Hilfe, Mann. Ich habe aber auch mal gesehen, es gibt so ein infiziertes Monster und so voll viele Sachen in sich drin stecken hat oder so ein Drache und der irgendwie so ausläuft. Der sah cool aus. Das Ding ist auch übelst hart. Den gibt es auch übrigens in Generations. Aber der ist original aus 4 Ultimate. Ich kann Generations glaube ich nicht mehr spielen. Ich glaube diese alte Struktur. Gokmarsios heißt der. Gokmarsios. Ja, der war aber geil. Ja, das ist quasi ein Elder Dragon, der sich von Schießpulver erinnert. Ja, genau. Deshalb greift er irgendwelche Stützpunkte von den Huntern an und frisst halt deren Weaponry auf und deshalb hat der halt auch einen Dragonnator in sich drin stecken. Genau. Und der kann zum Beispiel einfach so, der hinterlässt halt so schwarze Pfützen dann auf dem Boden und dann kann der halt auch so Laser da reinschießen, um die halt in die Luft zu jagen. Das ist voll geil. Ja, das Monster ist auch geil. Das ist halt auch so ein fetter Elder Dragon Fight, aber ist schon mal was anderes, weil er auch sehr mobil und schnell ist. Ja, ich habe das mal gesehen in so einem Discuss Video halt, hat jemand über den geredet, dass das schade ist, dass der nicht nochmal reinkommt in das Spiel. Tut er bestimmt irgendwann. Ja. Und wie gesagt, Capcom hat auch noch announced, dass weitere kleinere Monster noch, also oder größere Monster noch released werden. Ja, eine Sub-Species von Dings, eine Nagakuga kommt raus. Irgendwas mit Moon. Ja, eine Lose-Nagakuga. Genau. Gab es auch früher schon mal. Ach, die gab es schon. Der ist halt unsichtbar. Also der kann sich kamen. Kamelos quasi als Nagakuga. Ja. Er kennt es nicht. Es gab ja auch diese Eule aus dem, aus Generations. Ah, der war aus dem DS-Teil. Ja, das war aus dem DS-Teil. Genau, da kannst du dich ja auch unsichtbar machen, die Sub-Species von dem. Und leider wurde auch der beste Mod wegrationalisiert, weil es gibt kein Rampage mehr, Alter. Ich bin so traurig. Ich will Monster Hunter Tower Defense spielen. Nicht. Ich meine, wer will schon selbst gegen Monster kämpfen, wenn du einfach irgendwelche Villagers haben kannst, die drauf schießen. Aber, äh, Dingens, die Story ist ja auch noch nicht abgeschlossen irgendwie. Ja, ja. Weil, so klar, wir haben den Final Boss gekillt, aber irgendwie diese Kurios sind ja immer noch da und infizieren alle Monster. Also schätze ich mal, dass da immer noch noch ein größeres Übeln in die Geil, ne? Ja, bist du sicher. Aber es war ja auch im Base Game, war es ja auch so, dass der richtige Final Boss erst später dazukam. Ah, Isushi. Und gegen, genau, Nawa und Igushi gleichzeitig. Igushi, ja. Ah, also vielleicht, ja gut, dann muss ich eigentlich meinen Maul halten und meinen Monster Hunter Run 100 grinden oder 300, ich weiß nicht. Ja, aber, nee, aber noch, also das wird dann halt später hinzugefügt. Ach so, das kommt halt so nicht. Ah, ja, das ist spitzfingerisch. Das Einzige, was wir wissen, ist halt, es kommen, kommt Seathing Basil Gees oder Basil Goose oder wie auch immer man ausspricht und nur ist ein Nagakuga. Ja, die kommen. Aber da steht Several New Monsters. Also es kommen auf jeden Fall noch mehr in dem Update jetzt im August und dann sind noch mehrere Updates für danach halt angekündigt. Also es kommen auf jeden Fall noch, ich denke, es kommen auch noch irgendwie, ich wette sowas wie. Die müssen einen Eishybring, Alter. Ja, ne? Die müssen die rein wie die Babys. Aber ich glaube, das ist nichts, was die in einem Tattle-Update hinzufügen würden, weil es zu viel Arbeit. Midgame-mäßig ist, weißt du? Das meinst du? Ja, der ist zu schwach quasi. Vielleicht machen die den stärker. Könnten sie machen. Das wäre geil. Weil ich glaube, sie adden eher so Elder Dragons und so. Ich wette, die adden wieder Fatales. Was war nochmal Fatales? Ich weiß gar nicht, ob du Fatales jemals gemacht hast. Ich glaube nicht. Das ist der Online-Final-Boss vom allerersten Monster. Nee, das habe ich nicht. Das ist einfach nur ein ganz normaler Drache. Ein schwarzer Drache. Der sieht einfach aus wie ein Fantasy-Drache. Okay. Und du kämpfst gegen den. Du haust einfach... Doch, wir haben... Ich glaube, wir haben bei Generations mal gegen irgendeine Art von Fatales gekämpft. Das kann sein. Das kann sein. Das ist ein normaler Fatales. Der ist auch sehr unspektakulär, aber der zeichnet sich halt einfach dadurch aus, dass es ein Fantasy-Drache ist. Der Rathalos quasi. Kein normales, so naturelles Monster. Stimmt, vielleicht bringen die auch irgendwie Golden Rathalos wieder oder Blue Rathalos oder Gold Rathian oder was weiß ich was. Das sind halt so typische Sachen, die man da erwarten kann. Was haben sie... Guck mal, sie haben ja auch zum Beispiel im Base Game gab's ja anfangs gar nicht Theostra und Camellios und Shrushala. Die kamen ja mit dem Update dazu. Genauso wie Valdstrux. Und Valdstrux war schon ein geiles Finale so von den Monstern, die man freigeschaltet hat. Und ich schätze mal, dass uns sowas halt auch noch erwartet. Ja. Eigentlich müsste man... Das müsste jetzt schon da sein. Ja, ja. Aber das wird's dann erst in drei Monaten oder so geben. Eigentlich müssen wir echt so knallhart sein und jetzt das Spiel weglegen und warten, bis alle Title-Updates raus sind und die erst dann machen. Weil ich find's immer, wenn so ein Title-Update rauskommt, hast du ein neues Monster, das du machen kannst und das spammst du dann halt einen Tag und dann brauchst du es halt nie wieder so. Ich weiß, ja. Das ist halt so... Da sollten sie lieber wieder eine größere Expansion machen und das alles dann wieder da rein holen. Dieses Häppchenweise Anfüttern ist nett, dass sie das tun. Ja, das ist cool. Aber es bringt nichts. Aber ich find, Monster Hunter profitiert davon überhaupt nicht. Wobei, die werden ihre Stats haben irgendwie mit Player Retention und wo die Spikes sind, wo die meisten Leute spielen und sie werden das schon auskalkuliert haben. Aber für mich persönlich ist es so, Monster Hunter lebt irgendwie von dieser Vielfalt, dass du auch sagen kannst, okay, ich jag jetzt dieses bestimmte Monster irgendwie, um jegier davon zu machen und das kann ich dann benutzen um gegen das andere Monster zu kämpfen. Und das brauchst du ja nicht, wenn du dann nichts mehr hast. Aber wenn du schon die ganze Zeit das Endgame gegrindet hast und zehn verschiedene Sets hast und dann kommt einfach ein neues Monster raus, dann sagst du halt so, okay, ich kill das jetzt am effektivsten mit meinem krassesten Set und bis ich genug Parts hab, mach mir das Set und das reicht dann so. Fertig. Ich weiß, es klingt jetzt wieder so, dass wir vielleicht wieder so Elden Ring mäßig rumnörgeln, aber das tun wir wirklich, weil wir Monster Hunter Rise lieben und das ein geiles Spiel ist und das sag ich auch. Meine Kritik ist sowas von hoch gegriffen, dass es schon eigentlich frech ist, dass ich mich über den Content aufrege. Aber man hat sich schon ein bisschen mehr Ja, aber man hat sich schon ein bisschen mehr ausgemalt. Weil ich hab einfach gedacht so, ey, vielleicht kommt noch ein neues Monster Vieh mit Tentakeln oder irgendwas abgespaced, krass cooles. Also ich hab mir tatsächlich irgendwie ein paar mehr neue Monster gewünscht. Ja, ja, neue böse Monster gewünscht, die auch vielleicht in diese Kultur reingehen, in diese Ritterkultur oder so. In dieses westliche Europa. wir sind halt auch krass teilweise, also ich persönlich bin zum Beispiel echt verwöhnt, auch von den ganzen vorherigen Teilen, die ich schon gespielt hab. Weil wenn du zum Beispiel Monster Hunter 4 gespielt hast und dann kam 4 Ultimate raus, das hatte halt echt so krass viele neue Monster. Oder noch schlimmer, Generations, und wenn du dann Generations Ultimate spielst, das hat fucking fast jedes Monster aus der kompletten Serie drin. Ja, das hat wirklich fast alle. Ich wünsch mir so ein Monster Hunter Ultimate. über 100 Bossmonster. Ja, so ein Monster Hunter Ultimate war geil, mit vielleicht noch einer neuen Engine, aber mit so einem Windup von allen Monstern. war das ja so geil. Aber in der Engine von World dann noch. Also auch mit der Grafik. Junge, das war gut. Capcom rotiert jetzt schon. Ich glaub, das Spiel war halt auch nur nötig, weil sie halt die ganzen Assets einfach re-usen konnten. Ja, ja, deswegen. Deswegen ist auch, Sunbreak hat ja auch schon länger gedauert, glaub ich, jetzt schon zwei Jahre oder so, bis es rausgekommen ist. Nach Rise. Die Erweiterung. Ich glaub, ein Jahr, oder? Das ist schnell, ne? Obwohl? Auch die Cutscenes und so, also. War, Rise Space Game letztes Jahr oder vorletztes? Ich guck jetzt nach. Ich glaub, zwei Jahre. Ist zwei Jahre her. Dann müsste das 2020 gewesen sein. Ich guck jetzt nach. es war Anfang letzten Jahres. Ich guck jetzt nach. Monster Hunter Rise. Ich glaub, es ist zwei Jahre alt mittlerweile. Äh, Monster Hunter Rise, äh, 92%, 26, 2021. hast du recht. Das ist erst ein Jahr alt. Das ist krass. Dann ist das, in einem Jahr ist der DLC gekommen. Das ist sehr gerusht, find ich. War aber bei Walt auch, glaub ich, ein Jahr. Ja, ja, aber guck mal. Aber irgendwie, irgendwas ist auch nicht, warum, aber Iceborne fühlte sich für mich mietiger an. Ja, es war mehr. Aber vielleicht auch, weil alles irgendwie da so länger gedauert hat. Ja. Du musstest da auch teilweise irgendwie, ich weiß nicht, musste man da auch irgendwelche Spuren sammeln und sowas. Wie viele Monster hatte denn Iceborne neu? Genau. Du hattest diesen komischen, diesen Anfangsboss, diesen, diesen Schnee, diesen Fisch, diesen Fisch, dann hast du Mammut, genau, dann hattest du das Flagship, Velkana, dann Barrios war neu. Ja. Barrios war neu, dann hattest du noch, hier natürlich Shara Ischwalda. Ja, und dann hattest du so ein paar Subspecies, ne? Auch nicht so viel, ne? Und es gab nur eine neue Map, aber die war Messe. Ja, gut, ja, aber das kannst du, ja. Die Maps, für mich ist auch Dreh- und Angelpunkt sind nicht die Maps, überleg mal, wie wenig wir auf dieser Citadel-Map gespielt haben. Wir haben so viele alte Maps. Ich muss auch sagen, ich finde die irgendwie nicht so toll. Ich finde die schon irgendwie cool, weil manche Abschnitte haben so Gimmicks, weil es gibt zum Beispiel diesen Giftbaum oder dieses Harz, wo man halt die Monster reinlocken kann. Hast du da mal Explored? Hast du mal Expedition gemacht? Ein kleines bisschen, kannst du in so einen Brunnen reingehen und dann ist unten unter der Erde in den Brunnen noch ein Loch und dann kannst du noch weiter gehen. Dann kommst du an so eine Küste und da kannst du dich hinstellen. Sieht voll schön aus. Echt? Ja, muss man machen. Sorry, dass ich sie gespoilt habe. Man kann auch irgendwie bei so einer Brücke kann man auch runterspringen und dann ist unten so eine Schafstruhe. das gibt es voll oft. Es gibt auch voll die Höhlen und so. Es gibt eine richtige Crystal Cave, Alter. Also die Map ist Okay, vielleicht fühle ich der Map unrein. Tust du, ja. Aber ich finde, wenn man einfach nur da rumrennt und gegen Monster kämpft, so viele Parts von der Map sind halt so sehr samey. Ja gut, aber dann könntest du es an Absorbum führen und kannst sagen, man könnte doch einfach nur graue Korridore haben. Ist ja egal, wo man kämpft. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach eine graue Matchtextur aus der Zwei-Fanze. Dennoch finde ich, dass quasi das Terrain auf der Map nicht so krass variiert wie zum Beispiel bei der Desert Map oder so. Aber die Desert ist auch ätzend. Ich glaube, die... Ich mag die. Das ist zack, nur wenn man da irgendwo runterfällt. wenn du irgendwo runterfällst und musst dann ewig wieder nach oben klennen, dann ist es nicht geil. Die ist schön, die sieht gut aus, aber so von den Wegen her ist die ganz komisch. Die sieht auch am Anfang, dass man gerade ausgeht und links ist direkt so eine fette Schlucht und so. Ja, aber es macht Bock, da mit dem Wirebox drüber zu jumpen. Aber guck dir die Desert von World an. mit einem meiner Lieblingsclubs. Muss ich auch sagen, ein bisschen flacher kann es schon sein, finde ich, bei Monstern. Das muss nicht alles so deep down gehen. Das Geile war halt auch, du hattest da irgendwie diese Dünen, die du runtersurfen konntest und dann da so Jump-Attacks draus machen und so. Dann hattest du diese Pillars da, in denen du hochrennen und davon Up-Wall-Jumpen konntest. Die waren so kreativ, ja. Dann konnte irgendwie Diablos aus dem Boden kommen, konnte so ein Loch in den Boden reißen, womit du dann runter in die Höhle gehen konntest. Ja, stimmt. Wo du natürlich auch anders hinkamst. Ja, da gibt es auch ein Camp und so, ne? Ja, aber du hattest halt da echt alles. Du hattest da sogar einen kleinen Dschungel drin, ne? Ja. Ganz links auf dem Map. Mit so einem Wasserloch. Dann hattest du diese großen Wüsten halt. Dann hattest du Höhlen. Dann hattest du dazwischen dieses Klippengelände. Das war schon die Map da echt geil. Aber da hattest du nicht das Problem, dass du irgendwo runterfällst die ganze Zeit und wieder noch runterfällern musst. Und das hat man bei der Wüste bei Rise schon. Deshalb, also, ich glaube, meine Lieblingsmap bei Rise ist es auf jeden Fall die Starter-Map. Ja. Die finde ich irgendwie am schönsten, die ist auch sehr klippig und so, aber die ist irgendwie geil. Ich kann es gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Was kann die? Aber ich muss sagen, ich bin schon so ein kleiner Fan von einem Dschungel, weil die einfach so kompakt ist und man da sehr schnell, wenn man zum Beispiel ein Monster dann zähmt und damit ein anderes angreifen will, es dauert nicht lang vom einen Ende der Map zum anderen zu kommen. Weil du kannst einfach durch eine Höhle durch die Mitte durchgehen und kommst auf der anderen Seite wieder raus oder kannst auch einen Kreis so komplett um die Map rum Ich stelle dir vor, die hätten von Tree die Startmap genommen. Oh, das wäre geil. Die wäre so schön, ey. Okay, wäre viel Wasser, das hätten sie vielleicht anders bauen müssen. Ja, ich habe auch zu Tree habe ich so eine ganz besondere Beziehung, weil es halt mein erstes Monster Hunter war. Ich auch. Und auch halt die Moga Village Map war halt auch echt so, keine Ahnung, die hatte was. Ja, es war auch geil. Aber die hatte auch nur was, wenn es Underwater Combat gibt. Es gab ja eine geremakte Version davon. Ich weiß gar nicht, in welchem Teil. Im DS-Teil, oder? Gab es denn im DS-Teil Water... Nein, da gab es kein Water Combat mehr. Was in 4? Ja. Nein, da gibt es kein Water Combat. Ja, dann gab es da die Map, aber da haben die da echt umgebaut. Oder in Generations. Ich glaube in Generations gibt es die. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall haben sie dann da quasi an den Stellen, wo eigentlich man tauchen und schwimmen konnte, haben sie dann halt einfach so knietiefes Wasser. Ja, geht auch. Geht auch. Und eine weitere Erneuerung ist auch noch, es gibt noch zwei neue Tiers, wenn ihr halt eure Anhänger schmieden wollt, eure Talismanne. Talismänner. Ja. Und ihr könnt auch noch mit NPCs auf Quests gehen. Und es gibt diese Rampage Jewels, ne? Also Rampage Decorations für Waffen. Ja, genau. Die haben einen Rampage Slot dann. Aber das ersetzt quasi einfach nur diesen Rampage Skill, den man halt vorher ergoten konnte. Das ist auch nicht so wild. Und ihr habt halt noch NPCs, NPC-Mitglieder, mit denen ihr auch noch Quests auf könnt. Ja, vor allem dieser Rampage Slot, da macht man ja eigentlich immer nur das rein, gegen was man da kämpft. Oh, das ist effektiv gegen Fischmonster. Oh, das ist effektiv gegen Drachenmonster. Ja, ich benutze die irgendwie gar nicht. Das Einzige, so manche Sachen haben ein bisschen Utility. Zum Beispiel, was ich gern benutze, ist ein Rampage Jewel, der macht, wenn du blockst mit deiner Waffe, verlierst du keine Schafe. Das ist halt sehr gut für Greatsword. Das ist schon geil. Ja, oder Lanze. Lanze verliert sowieso keine Schafe. Verliert keine Schafe? Ja, geil. Und die Arena Quests habe ich auch noch alle gemacht. Ich mag Arena Quests. Ich habe Arena noch gar nicht angerührt. Mach das mal. Das ist eine geile Experience. Dadurch habe ich den Rajan Fight gelernt. Spina's Fight habe ich auch gelernt. Also das ist echt cool, weil ihr seid dann echt auf euch selber gestellt und ihr müsst auch eine Waffe wählen, die halt in dem Pool drin ist bei der Arena. Und ihr kriegt halt auch dadurch zwei neue Rüstungen könnt ihr freischalten durch die Arena, die okaye Stats haben. Oh, aber die sind bestimmt gut für Layered-Armor, oder? Also gute Fashion. Nee, die sehen nicht so geil aus. Aber die sind gut für Dings. Das eine ist irgendwie so ein Coal-Essence-Bild und das andere Coal-Essence. Ach so, dass du irgendwie, wenn du einen Status-Effekt teilst oder so, dass du dann irgendwie mehr Schaden machst oder so. Das andere ist halt ein Gathering-Set. Und? Ja. Aber es gibt auch Arena-Waffen, ne? Die sind auch teilweise gut. Nee, die... Ich weiß nicht, ob die da gut sind, aber in World gab es zum Beispiel einen richtig OP Paralyse-Hammer. Oder auch das Greatsword war... Nee, diese Waffen kriegst du durch diese Companion-Quests. Da kriegst du eigene Waffen. Also es gibt von Arena keine Waffen? Von Arena gibt es keine Waffen, nein. Oder laber ich? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, nein. Ich glaube, du kriegst nur Rüstung, zwei Stück, und so ein Kopfteil, sondern so Federn kriegst du noch, die irgendwas besonders machen. So Ohrringe, ne? Ja, ja. Nee, aber ansonsten, ja, Fashion gibt es ohne Ende. Also die neuen Rüstungen sehen echt cool aus mittlerweile, muss ich sagen. Also ich trage jetzt gerade Barrier of Layout Armor, also die X-Version, also die High-Rank-Version, die ist ziemlich schick. Aber auch so, ne? Du hast ja ein Piraten-Outfit. Ja, ich habe ein Piraten-Outfit, ich habe ein Guamagala-Outfit. Also Fashion habt ihr ohne Ende. Und, ja, es gibt auch noch neue Dangos oder so. Also diese Sachen, die ihr essen könnt, ist aber auch nicht so wild. Boah, es gibt einen, der ist wohl richtig broken. Damit kannst du, immer wenn du deine Rolle, also deine Skills switchst, heilst du dich. Was? Ja. Und wenn du dann noch Recovery ab als Skill hast, dann heilst du dich echt so im Viertel deiner Health. Und du kannst halt switch, 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 switch bis voll Health. Weird. Und halt wenn du das einfach passiv machst, so im Kampf, um auch Sachen zu dodgen oder so, dann bist du quasi unsterblich. Ja. Wobei ich irgendwie nicht so gerne Skills swappe, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich vergesse das immer, dass das überhaupt geht. Weil ich habe meinen Loadout. Ich mache immer die gleichen Sachen eigentlich. Ich mache xxxxxxx, aAA, xxxxx, und das war's. Oder ich mache eine Mutzeitige Zeit. echt ein bisschen zu braindead für solche krassen neuen Systeme. Glaube ich auch. Und neue Statuseffekte haben sie ja auch eingebracht und auch neue Amor-Skills. Aber das ist ja immer so, dass mit neuen Monstern auch manchmal neue Skills kommen. Dass wenn du so Vampir-Skill hast oder so, dass du dich heilst. Dass du halt jetzt wieder Virus da durch Guamagala und halt Bloodιiden. Ja. Ja, und dann gibt's halt so Spielereien wie, oh, das Set vom Final Boss, macht halt, dass diese Kurios um dich rum fliegen. Ja. Und halt mit der Zeit werden dann, also erst fliegt einer um dich rum, dann zwei und dann drei. Und je mehr du hast, desto mehr Health verlierst du die ganze Zeit über Zeit. Aber dafür machst du krass viel mehr Damage. Das ist heftig, ne? Das ist halt so sehr Risk vs. Reward mäßig. Was würdest du so von einer Note von 1 bis 10 der Expansion geben? 7. 7. Solid. Ja. Also die Expansion ist auf jeden Fall gut. Erfüllt die Qualitätsstandards, die man gewöhnt ist. Noch und nöcher. Hat auch viel Content. Aber für mich persönlich, ein Großteil des Contents ist für mich persönlich nicht neu. Ich wünschte irgendwie, sie hätten auf jeden Fall mehr neue Monster gemacht. Vielleicht noch ein paar Remake-Monster reingepackt. Zum Beispiel, ich verstehe nicht, warum... Guck mal, sie haben Tetranodon drin. Ich finde, mit seinem Skelett könnte man Samtrios bestimmt machen. Also diesen Eishai. Ja, ja. Und den hätten sie auf jeden Fall reinbringen sollen, weil es gibt ja seine Minions. Der pumpt sich ja auch so auf, ne? Ja, genau. Und es gibt seine Minions, gibt es ja als kleine Monster sogar auf der Eismär. Das ist unverständlich. Verstehe ich nicht, warum der nicht drin ist. Und dann, wenn sie schon diese Spinne da drin haben, warum machen sie dann nicht Narcilla vom vierten Teil als Monster rein? Wobei, vielleicht wäre es auch too much of the same, irgendwie zu viele Spinnen. Ja, oder warum können sie sich noch irgendwie zwei oder drei neue Monster kreieren? Klar, es ist viel Arbeit, ne? Die Leute müssen das animieren, die müssen da gucken, dass es gebalanced ist, müssen Waffen dann für jeden Tier, müssen die ja irgendwie dann gucken, dass Dual Blades dann da sind oder Long Sorts oder so. Das verstehe ich auch, das ist viel Arbeit. Das ist auch das Problem irgendwie, je länger die Monster-Liste wird, desto länger wird die Liste von allem Equipment und allem. Und die, guck mal, du musst ja auch überlegen, die Amors, die haben ja, die ganzen Amors, die man schon in Low- und High-Rank hatte, haben noch mal ein neues Design. Männlich-Weiblich. Haben noch ein neues Design in Master-Rank und sehen unterschiedlich aus in männlich und weiblich. Ja, das ist schon viel Content. Ja, und dann noch die ganzen Waffen und alles. Also ja, man kann auf jeden Fall nicht meckern und es ist auf jeden Fall viel, viel zu tun, aber ich persönlich hätte mir trotzdem mehr neue Monster gewünscht. Ja, Price take halt 39,99 Euro, ne? Ich denke mal, also, wenn ihr euch jetzt das Spiel, wenn ihr das Spiel noch gar nicht gespielt habt und euch das Spiel und den DLC holt, ihr habt so krass viel Content und dann kommt jetzt noch immer noch mehr Content dazu. Ich würde auch sagen, wenn ihr jetzt das Spiel noch gar nicht auf dem Schirm habt oder so, kauft euch erstmal nur Rise und spielt erstmal Rise durch, weil damit habt ihr schon an die 30 bis 40 Stunden Spielspaß. Und da könnt ihr euch immer noch den DLC holen. Und kann man den DLC eigentlich schon betreten, wenn man jetzt einen neuen Charakter hat? Ja, ne? Geht das oder das ist gegenseit? Ich glaube, du musst die Story durchspielen. Ja, von... Aber du kannst da sehr schnell durchblasten, weil es gibt diese Defender... Ah, diese neue Amors, ne? Ja, und auch Waffen, ne? Das ist so ein easy... Ja, einfacher ist. Ja, aber... Ansonsten... Ja, ich hätte auch gedacht, so, vielleicht erlerne ich eine neue Waffe oder so. Ich habe halt jetzt ein bisschen Dual Blades... Ah, die Dual Blades wurden geil erneuert. Ja. Die haben jetzt diesen Spiral Slash, dass du halt in ein Monster dich reinziehst und dann halt einfach voll die Kombo machst. Und die haben halt auch jetzt so voll die krassen Attacken, dass du halt ein Monster und so Damage machen konntest vorher auch schon. Das weiß ich nämlich nicht. Ne, ich glaube... Das ist auch neu. Ich weiß so genau, was du meinst, aber... Du kannst irgendwie A drücken, nochmal A drücken und dann bist du an dem Monster dran und rutscht da einmal komplett an. Ach so, ja, 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 doch. Das gab es schon. Das gab es schon, ja, ja. Das ist schon sehr stylisch. Ich wusste das nicht. Das ist ja quasi die Attacke, die du bei World auch machen kannst. Ja, wenn die liegen, ne? Ja, ja, genau. Die kannst du jetzt einfach so machen, ohne Klick. Aber du kannst jetzt auch zum Beispiel in der normalen... Du kannst so eine Round-Slash-Kombo machen. Da matchst du quasi die ganze Zeit X und wenn du dann in eine Richtung drückst, dann kannst du noch so seitlich dich um das Monster rumbewegen, während du halt weiter slasht und so. Ja, Double Blades sind sehr spammy, ne? Also eure Joy-Cons werden wahrscheinlich sehr leiden, eure Buttons, eure Main-Buttons, aber die machen schon Spaß. Und halt auch die ganze Variation, die ihr halt habt, ne? Also, klar, bei mir ist es halt ein bisschen enttäuschend, ne? Den Build, den ich vorher habe, ich hab halt diese Insect-Glave, die niemals stumpf wird und die die ganze Zeit critet, und die hab ich aufs Base-Game, den Build. Und den mach ich jetzt quasi wieder, nur im High-Rank oder Master-Rank. Also ich hab meine Taktik überhaupt nicht verändert, sondern ich spiele ja das Gleiche, was ich vorher spiele. Das ist auch so ziemlich... Das ist ein bisschen traurig. Ich mag halt gerne teilweise so Gimmick-Bilds. Ich hab mir zum Beispiel ne Mischung aus Malsino und Kushala Daora gemacht, weil Kushala macht halt das... Du regenerierst ja die rote Portion, wenn du Schaden gekriegt hast, an Energie und darüber hinaus dann aber nichts mehr, ne? Genau. Mit Kushala kannst du dich halt darüber hinaus regenerieren, das heißt, du kannst dich komplett voll regenerieren. Voll geil. So. Und dann equipst du dazu noch Recovery-Speed ab, dass du dich viermal so schnell regenerierst und dann noch den Skill Recovery ab, dass du, wenn du Energie dazu bekommst, das mehr ist und dann regenerierst du dich halt ziemlich schnell. Dazu dann noch der Malsino-Skill, wenn du kaputte Körperstellen an Monstern triffst, heilst du dich. Mehr heilst, ja. Das heißt, du hast dann quasi so ein An-Killer-Vampir-Bild. Ja, das ist cool. Das ist halt ein cooles Gimmick, aber du machst halt dann dadurch wenig, also nicht wenig Schaden, weil du machst ja auch viel Schaden dadurch, dass du einfach nicht heilen musst. Ja. Aber halt, es ist halt nicht die Meta oder so. Halt, wenn du wirklich effektiv spielen willst, dann machst du halt auch echt ein Crit-Bild, noch mit Crit-Boost boost und vielleicht noch ein bisschen Attack ab, wenn du es reinkriegst mit Pink-Sharpness und mit Master... Wie heißt das? Master's Touch? Master's Touch, ja. Dass du bei Crits keine... Kein Charli-Sharp verlierst. Das ist... Razor-Sharp ist auch ganz gut. Ja. Ach, und eure Palikos haben auch neue Moves spendiert bekommen. Haben jetzt einen Dragonnator. Das ist so geil, ne? Und eure Hunde können jetzt Sachen ausschnüffeln. Ein Feature, das ich noch nicht ein einziges... Ich hab das auch noch nie benutzt. Und ihr könnt auch eure... Eure Palikos könnt ihr auch irgendwie so postieren auf der Map und dann könnt ihr da irgendwie schnell hinreisen. Ich hab auch gesehen, die Hunde haben auch neue Waffenarten bekommen. Ja. Also diese Tools. Ja. Ich hab die auch nicht ausprobiert. Ja. Ja, es ist halt alles nur so gemixt. Volvedon haben wir auch, glaube ich, nie erwähnt, ne? Den vergisst man auch immer, dass es den gibt. Den gab's aber auch schon im Base Game. Ja, ja, den gab's im Base Game. Aber das ist so ein Monster, was ich immer vergesse, dass es das überhaupt gibt. Ja, aber für mich ist das sehr prominent irgendwie, weil ich den immer für meine Paralyse Waffen Ja, ja, Parabillen brauchst du den. Die Waffen. Du hast wenig Kisu gemacht. Ich hab Kisu halt wie in Du Blades gemacht. Ja, ich hab Kisu tatsächlich heute noch das Doppelquest gemacht. Ja? Ah, fein. Alter, der ist so schnell gestorben. Ja, der ist auch... Ich hab meine neuen Switch-X-Bild gemacht und alter. Der erste Kisu ist, glaub ich, nach zwei Minuten tot gewesen. Geil. Die zweite hat ein bisschen länger gedauert. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll zum Monster Hunter. Ehrlich gesagt, wir haben schon alles irgendwie erörtert, oder? Fehlt dir noch irgendwas? Ne. Ne, ne? Ich glaub, es ist alles gesagt. Ich bin mal gespannt, was echt noch mit den Title-Updates kommt. Ich auch. Also, ich glaub, so ein, zwei richtig geile Monster werden dabei sein. Ja, aber wie gesagt... So, das, was jetzt angeteast wurde, ist jetzt nicht so geil. So geil, so Seathing-Basal-Juice. Lucent Nagakuga ist ganz fun. Ist auch ein challenging Fight, aber... Ja, aber es ist halt kein neues Monster, ne? Es ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, ey, das ist noch gar nicht in dem Sinn. Ja, aber Lucent Nagakuga ist schon ein ganz anderer Fight als normaler Nagakuga. Ich freu mich drauf. Hat schon noch keine Waffen. Der hat krasse neue Attacken und wie gesagt, hat halt dieses Unsichtbarkeits-Gemick, ne? Ja. Ja, ihr könnt auch mal gerne schreiben in die Kommentare, was vielleicht euer Lieblings-Monster-Hunter-Boss ist oder wie ihr die Sunbreak-Erweiterung findet. Ich find die auch, ich find die solide. Ich würd auch vielleicht sagen sieben von zehn oder so. Ich hab mir ein bisschen mehr vorgestellt, glaub ich. Für mich war Iceborne, glaub ich, schon so eine Acht. Ja, Iceborne war noch ein bisschen besser. Auch weil der Vulkaner-Fight so geil war, ne? Weil er schon von der Inszenierung, dass er so Eis-Säulen macht, an die du halt langlaufen kannst. Und das war so geil. Und der Fett war auch richtig challenging, find ich. Und der passt auch voll in diese Area. Auch mit dem Nest von dem, wo der hinfliegt und so. Das war immer so, er hat voll Bock gemacht. Ich hab jedes Mal Bock gehabt auf dieses Monster und er konnte einen legit auch killen. Das war jetzt nicht so ein Monster, der Bullshit macht, sondern du konntest durch eigene Dummheit stürzt. Dann hat er dich irgendwie blockiert durch irgendwelche Eiswände und dann diesen Strahl in dich reingeschossen und du warst halt einfach tot. Das macht ja Almudron ja auch teilweise mit. Almudron ist auch geil designt eigentlich. Ja, ist ein cooles Monster. Ist wirklich ein geiles Monster. Ja. Ja. Verabschiedung einleiten. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Abonniert, like, teilt. Ja. Checkt uns ab auf YouTube, Spotify, Instagram. Nicht wirklich, aber was noch? Auf jeden Fall YouTube und Spotify. Ja, da seid ihr gut bereit. Und dann wünsche ich euch fröhliches Zocken. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ihr mal kommentieren wollt oder so, erzählt doch mal, was ihr so von Xenoblade handelt, ob ihr irgendwie die früheren Teile gespielt habt, ob ihr gehypt seid für den dritten Teil oder nicht, ob ihr vielleicht mit dem dritten Teil jetzt einsteigt und die alten Teile gar nicht kennt, ja, was ihr von der Expansion von Monster Hunter haltet, ne? Und dann, würde ich sagen, see you next mission. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020